Wir haben Apostelgeschichte 1 gelesen und der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Vers 7, wo es heißt Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat und Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde und der Titel meiner Predigt ist Tür-zu-Tür-Evangelisation oder auch Evangelisation von Haus zu Haus. Und das ist so ein Schlüsselvers hier. Es gibt natürlich so viele wichtige Verse, die man anführen kann, wenn es um das Thema Seelengewinn geht, Evangelisation von Haus zu Haus, dass wir Stadt für Stadt systematisch erreichen wollen. Aber das ist wirklich so ein wichtiger Vers und wir werden uns dann gleich anschauen, warum dieser Befehl, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und das ist etwas, was sogar die Apostel Jesu Christi erstmal nicht verstanden haben. Sie waren so wie Calvinisten heutzutage ein bisschen. Ja, alle Menschen bedeutet nicht alle Menschen, sondern das sind dann nur die Auserwählten. Und sie dachten erstmal, bis an das Ende der Erde, bis an das Ende der Erde die Juden erreichen. Aber was sagt Jesus hier? Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, aber nicht nur in Jerusalem, nicht nur in ganz Judäa und Samaria, sondern bis an das Ende der Erde, was damit gemeint ist natürlich, die Heiden zu erreichen, zu allen Völkern zu gehen, alle Völker mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. Amen. Ihr werdet meine Zeugen sein und es geht natürlich nur durch den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und wir sehen hier dieses Prinzip, eben aus der Heimat, das war ihre Heimat, Jerusalem, aus der Heimat wegzugehen, die ganze Welt zu erreichen. Nicht nur an einem Ort zu bleiben, aber vor allem nicht nur in Jerusalem zu bleiben, nicht nur in Israel zu bleiben und irgendwie nur die Juden zu erreichen mit dem Evangelium. Das Evangelium ist für alle Völker da, aber dazu komme ich dann gleich noch mehr. Schlag bitte auf, Lukas Kapitel 24, Vers 49, Lukas Kapitel 24. Denn die Apostelgeschichte knüpft dann das Lukas-Evangelium an. Die Reihenfolge der Evangelien ist natürlich Matthäus, Markus, Lukas, Johannes Apostelgeschichte. Aber die Apostelgeschichte wurde genauso wie das Lukas-Evangelium natürlich von Lukas geschrieben. Und die Apostelgeschichte knüpft an, an die letzten Ereignisse im Lukas-Evangelium. Und wir sehen hier die Parallelferse. Ich habe gesagt, Lukas Kapitel 24, ich lese vorab, Vers 44. Vers 44, da heißt es, er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern. Also auch unter den Heiden, beginnend in Jerusalem. Jerusalem ist nur der Beginn, aber das haben die Apostel erstmal nicht verstanden. Sie wollten in Jerusalem bleiben. Ihr aber seid Zeugen hiervon, Vers 49, und siehe, ich sende euch, auf euch, die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet, mit Kraft aus der Höhe. Also die Verheißung des Vaters, die Kraft aus der Höhe, ist natürlich der Heilige Geist damit gemeint. Das ist hier die Parallelstelle zur Apostelgeschichte. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet, mit Kraft aus der Höhe. Was sollten sie dann tun? Sie sollten aus Jerusalem weggehen und sie sollten hier so Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Nicht in Jerusalem bleiben, sondern nur bis der Heilige Geist gekommen ist, also bis sie erfüllt wurden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Den Heiligen Geist gab es natürlich schon vorher, schon vor Pfingsten. Aber sie wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und in der Kraft des Geistes sollten sie dann weggehen und alle Völker erreichen. Alle Heiden erreichen bis an das Ende der Erde. Und das ist mein erster Punkt, was ist unser Ziel als Christen? Was ist unser Ziel, wenn es um Seelengewinn geht, wenn es um Evangelisation geht? Das Ziel ist, die ganze Welt zu erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Nicht nur einen bestimmten Ort, nicht nur irgendwie, wir gehen zu den Juden, wir gehen zum Volk Israel und wollen das Volk Gottes mit dem Evangelium erreichen. Aber seit wann muss man das Volk Gottes mit dem Evangelium erreichen? Ich dachte, das Volk Gottes zeichnet sich dadurch aus, dass es schon an das Evangelium glaubt. Aber Christen heutzutage, sie wollen das Volk Gottes erreichen mit dem Evangelium. Und wenn sie das Volk Gottes mit dem Evangelium erreichen müssen, dann heißt das, dass es nicht Gottes Volk ist. Macht eigentlich Sinn, oder? Aber schlagt auf, oder ihr müsst das nicht aufschlagen, ihr schlagt Apostelgeschichte 13 auf. Ich lese kurz vor aus Markus Kapitel 16, Vers 15, den berühmten Vers, den ihr garantiert kennt. Ihr schlagt Apostelgeschichte 13 auf. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Was ist das Ziel? Nur einen bestimmten Ort zu erreichen, nur eine bestimmte Gruppe von Menschen? Nein, sondern das Ziel ist, in alle Welt zu gehen, bis an die Enden der Erde und das Evangelium der ganzen Schöpfung zu verkündigen. Also was die Bibel hier, was Jesus Christus selbst hier so unmissverständlich klar macht, ist, dass wir zum einen geografisch gesehen überall hingehen sollen. Und wem soll das Evangelium verkündigt werden? Der ganzen Schöpfung. Und das ist natürlich absichtlich etwas übertrieben, denn wir würden nicht zu Tieren predigen. Aber was die Bibel uns damit eben so nachdrücklich klar machen will, ist, dass jeder Mensch das Evangelium von Jesus Christus hören soll. Jeder. Deswegen heißt es hier, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ihr seid in Apostelgeschichte 13, Vers 46. Da ist es in Apostelgeschichte 13, Vers 46. Da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Und ich möchte hier jetzt einfach ein paar Verse durchgehen mit dir, um dir aufzuzeigen, dass es schon immer Gottes Ziel war, schon immer Gottes Ziel war, alle Menschen zu retten. Das hat sich nicht irgendwie geändert im Neuen Testament. Oh, damals im Alten Testament, da ging es nur um die Juden. Die Juden, die waren so besonders, nur die wollte Gott retten. Das Volk Israel, nur darum ging es. Nein, es ging schon immer um die Heiden, denn was macht Paulus hier? Da sagten Paulus und Barnabas freimütig, ja, sie sagen das und dann heißt es hier in Vers 47, denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und wie hat sich das dann erfüllt? Im Alten Testament, da ging es, das zeige ich dir gleich im Alten Testament, das Zitat, da ging es unmittelbar um Israel, aber das hat sich alles bezogen auf Jesus Christus. Und wir als Abrahams Same, die wir Christus angehören, wir sollen eben Jesus verkündigen, ein Licht sein bis an das Ende der Erde. Und mir ist wichtig, dir erstmal aufzuzeigen, es war schon immer Gottes Ziel, auch die Heiden zu erreichen mit dem Evangelium. Natürlich hat sich was geändert, dazu komme ich dann gleich. Aber an und für sich wollte Gott schon immer alle Menschen retten. Es ging nicht nur irgendwie um das Volk Israel. Nein, es ging schon immer um alle Menschen. Die ganze Schöpfung soll das Evangelium hören. Die ganze Schöpfung soll eine Chance bekommen, gerettet zu werden. Und ich gehe jetzt hier einfach ein paar Verse durch. Ihr müsst diese Verse nicht aufschlagen, um dir aufzuzeigen, dass es schon immer auch um die Heiden ging. Jesaja 49, Vers 6, daher kommt dieses Zitat, ja er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Jesaja 52, Vers 10, der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Es gibt nicht irgendwie ein Volk, das noch nie das Evangelium gehört hat. Die Bibel ist eindeutig, das hat Gott versprochen, alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Und einfach nur eine kurze Erklärung, was sind die Enden der Erde? Die Erde laut 1. Mose ist das Festland. Es geht um alle Enden der Erde, das heißt bis an den äußersten Rand, bis zum Ufer, bis zum Ozean. Und im Propheten Jesaja lesen wir dann auch an manchen Stellen immer wieder, dass auch die Inseln das Wort Gottes gehört haben. Denn jemand ganz Schlaues könnte natürlich fragen, ja was mit den Inseln? Haben die Inseln das Wort Gottes gehört? Ja, auch die Inseln. Die Bibel ist idiotensicher. Alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Und jetzt kann man sich fragen, was hat sich hier geändert? Denn das hat sich natürlich im Neuen Testament dann erst wirklich erfüllt. Es war schon immer Gottes Ziel, was ich euch aufgezeigt habe mit den paar Versen hier, dass auch die Heiden gerettet werden. Rettung stand für jeden immer offen. Aber wirklich erfüllt haben sich diese Verse, die ich zitiert habe aus dem Propheten Jesaja, dann erst im Neuen Testament. Was hat sich geändert? Matthäus 12, Vers 42 sagt, ihr müsst das nicht aufschlagen, die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kamen vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Also das war natürlich im Alten Testament. Die Königin des Südens kamen zu Salomo vom Ende der Erde. Und das ist eben der Unterschied. Sie kamen vom Ende der Erde. Was sollen wir machen im Neuen Testament? Wir als Christen sollen ans Ende der Erde gehen. Wir sollen herausgehen. Wir sollen nicht in Jerusalem bleiben, sondern wir sollen Zeugen sein, wie es Gott aus den Aposteln geboten hat. Ihr werdet meinen Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Sie sollten hier herausgehen. Wir müssen als Christen bis an das Ende der Erde gehen. Nicht darauf warten, dass jemand vom Ende der Erde kommt. Dass die Königin des Südens kommt vom Ende der Erde. Und das ist eben der große Unterschied. Errettung stand schon immer für jeden offen. Gott wollte schon immer alle Menschen erreichen mit seinem Heil. Aber wie das geschehen ist, die Methodik war eine andere. Denn heutzutage gibt es natürlich kein physisches Volk Gottes mehr. Es gibt nicht mehr das physische Volk Gottes, das Volk Israel, sondern Gott ist fertig damit. Jesus hat selbst gesagt, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Es gibt kein physisches Volk Gottes mehr. Das Volk Gottes heutzutage ist ein geistliches Volk Gottes von allen Gläubigen, egal aus welchem Volk sie stammen, im ethnischen Sinne. Also mein erster Punkt. Was ist mein erster Punkt dieser Predigt? Es geht um Tür-zu-Tür-Evangelisation. Ich will dir aufzeigen in dieser Predigt, wie wir das Ziel erreichen. Erstens, was ist das Ziel? Die ganze Welt, die Enden der Erde mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. Nicht nur an einem Ort zu bleiben, nicht nur eine bestimmte Gruppe zu erreichen, sondern alle Enden der Erde sollen das Heil unseres Gottes sehen. Und das ist natürlich eine grundlegende Predigt. Einiges davon sollte den meisten von euch schon klar sein. Aber wir als Gemeinde, Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, uns gilt auch dieser Auftrag, nicht wahr? Und wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann brauchen wir eine bestimmte Methodik. Deswegen will ich eben über Tür-zu-Tür-Evangelisation predigen. Und dazu komme ich dann, wie wir dieses Ziel eben erreichen, alle Völker mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. Wir wollen dann auch als Gemeinde, das ist mein Plan, von Tür-zu-Tür gehen und Vorteile und Umgebung wirklich Tür-zu-Tür, Haus-zu-Haus, systematisch erreichen. Denn wir brauchen einen Plan, um dieses große Ziel, diese riesige Aufgabe zu erfüllen. Da kann man nicht einfach irgendwie drauf losgehen und irgendwie versuchen, irgendwas zu machen, sondern es braucht einen Plan, es braucht eine Strategie. Und für uns als Baptisten ist es normal, von Tür-zu-Tür zu gehen, von Haus-zu-Haus zu gehen. Aber diese Predigt ist trotzdem wichtig, auch wenn du dir denkst, das weiß ich ja schon, aber vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, warum wir das überhaupt machen. Ich meine, es ist eine gute Sache zu sagen, okay, wir sind Baptisten und wir machen das so, Traditionen sind an und für sich gut, damit man eben Struktur im Leben hat. Aber wir sollten trotzdem immer etwas ein bisschen hinterfragen. Okay, was ist der Grund dafür? Und wir sollten uns immer wieder selbst prüfen, ob das, was wir tun, ob unsere Lehre, ob unsere Methodik mit der Bibel übereinstimmt. Und wenn etwas nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann sollten wir es lassen. Dann sollten wir es ändern, nicht wahr? Nicht einfach sagen, wir sind Baptisten deshalb, das ist gut für den Anfang, aber wir sollen natürlich alles prüfen, das Gute behalten. Deswegen diese grundlegende Predigt, um dir zu erklären, warum wir, wie wir das Ziel erreichen, warum wir es so und so machen. Genau, und worauf ich hier hinaus wollte, ich hatte zitiert, Matthäus Kapitel 12, Vers 42, die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kamen vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer der Größte als Salomo. Was sich eben geändert hat, was wir hier sehen im Alten Testament, ist, dass Leute kamen vom Ende der Erde. Heutzutage gibt es kein physisches Volk mehr, das hat sich eben geändert. Deswegen hat sich auch die Art des Seelengewinnens sozusagen geändert. Leute kamen vom Ende der Erde, denn sie haben eben vom Volk Gottes gehört, sie haben von Israel gehört. Denn Gott hat seinem Volk gerechte Gesetze gegeben, weise Satzungen und Rechtsbestimmungen, dass die ganze Welt sehen sollte, was für ein weises Volk. Wie unfassbar, wie großartig, dass dieses Volk Gott, den Herrn, auf seiner Seite hat. Und all die Völker haben eben von Israel gehört. Und sie wussten, Gott ist auf ihrer Seite. Der Herr ist auf ihrer Seite. Solange sie eben dem Herrn nachgefolgt sind tatsächlich, nicht wahr? Und so hat Gott die Völker eben erreicht, die Heiden erreicht. Dass sie gehört haben vom Volk Israel, dass sie gehört haben von den Wundern und furchtbaren Zeichen des Herrn, sich gefürchtet haben vom Herrn und Errettung gesucht haben in Israel. Sie sind gekommen vom Ende der Erde und haben Errettung gefunden. Aus gnadischem Glauben, weil Errettung war schon immer dieselbe. Okay, aus gnadischem Glauben. Ohne die Werke des Gesetzes. Okay. Und natürlich finden wir auch andere Beispiele. Ich meine, wenn du den Vers da vorliest, da heißt es, dass die Männer von Nineveh im Gericht auftreten werden, gegen dieses Geschlecht und das verurteilen werden. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer der größteste als Jona. Natürlich wurden auch Propheten wie Jona beispielsweise weggeschickt zu anderen Völkern und haben ihnen gepredigt. Und sie wurden teilweise gerettet, wie zum Beispiel Nineveh. Aber hauptsächlich, darauf will ich hinaus, hauptsächlich war es so, dass die Völker eben gehört haben vom Herrn, von seinem Volk, wie weise es ist und sie waren fasziniert. Sie haben den Herrn gefürchtet, sind gekommen nach Jerusalem und haben Errettung gefunden. Und das finden wir natürlich bis in die Apostelgeschichte, wo dann der Kämmerer aus Äthiopien kommt nach Jerusalem, um anzubeten. Und da hat er noch nicht Errettung gefunden, aber hey, es wurde ein Sammel gesät. Er hat dann den Propheten Jesaja gelesen, nicht wahr? Und Philippus wurde dann gesandt, hat ihm das Evangelium von Jesus Christus verkündigt, er wurde gerettet. Und so war das eben im Alten Testament, dass Leute kamen, die sind dann zum Beispiel auf die Prophetin Hannah gestoßen, nicht wahr? Aber da heißt es in Lukas Kapitel 2, bilde ich mir ein, dass die Prophetin Hannah, und ja, es gibt Prophetinnen, aber raten wir mal, was die lehren. Sie lehren das Evangelium, sie lehren nicht in der Gemeinde, sie lehren nicht Christen, im Sinne vom Gottesdienst, dass sie predigen von der Kanzel. Aber Seelengewinnung ist für alle da, für Frauen, Kinder, Männer, egal für wen. Und dann sind Heiden eben gekommen nach Jerusalem, um anzubeten, sind auf die Prophetin Hannah zum Beispiel gestoßen. Und da heißt es ungefähr, dass sie eben zu allen redete, die nach Erlösung suchten oder so ähnlich. Das war eben Seelengewinn im Alten Testament. Seelengewinn im Alten Testament war weniger, dass sie rausgegangen sind, sondern als physisches Volk Gottes sollten sie eben dem Herrn nachfolgen. Dadurch hat sich der Herr verherrlicht, Völker haben gehört, sind gekommen, haben Errettung gefunden. Aber jetzt im Neuen Testament, was hat sich geändert? Wir gehen heraus. Und daran mussten sich die Apostel erstmal gewöhnen, nicht wahr? Aber ich meine, wenn man die Apostelgeschichte liest, es ist so lustig zu lesen, wie die Apostel natürlich ganz einfach menschlich waren. Besonders Paulus, der, das doch eigentlich, sollte man meinen, genau wusste, dass wir eben zu den Völkern gehen sollen, nicht in Jerusalem bleiben. Wie lange sollten sie in Jerusalem bleiben? Das haben wir hier eindeutig gelesen. Ich zitiere nochmal kurz aus Lukas 24, Vers 49. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Dann sollten sie weggehen zu allen Völkern. Aber was lesen wir in der Apostelgeschichte? Dass sie dann doch immer wieder zu den Juden gegangen sind. Ich meine, erstmal sind die Apostel einfach in Jerusalem geblieben. Und dann hat Gott eben eine Verfolgung kommen lassen. Und manche Christen brauchen Verfolgung, damit sie wirklich aktiv werden. So war das auch mit den Aposteln. Und das ist eben das Schöne in der Bibel, dass wir einfach von Menschen lesen, es wird einem von ihnen berichtet und wir merken, okay, sie waren auch nicht perfekt. Sie haben auch Fehler gemacht. Die Apostel haben Fehler gemacht in der Apostelgeschichte. Und wir sollten nicht den Fehler machen, die Apostelgeschichte zu lesen und uns zu denken, wir sollten jetzt genauso vorgehen wie in der Apostelgeschichte. Dann würden wir einen Haufen Fehler machen. Denn, wie gesagt, erstens, die Apostel sind in Jerusalem geblieben, was nicht Gottes Plan war. Sie waren erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Sie hätten weggehen sollen bis an die Enden der Erde. Jeder Apostel sollte ein Apostel der Heiden sein. Sie sollten alle Völker erreichen. Aber sie waren immer noch daran gewöhnt, wir sind ja das Volk Israel. Wir sind das Volk Gottes. Sie waren immer noch daran gewöhnt. Und sie dachten sich, wir bleiben natürlich hier und wir reden zu den Juden. Und versuchen, die Juden zu retten. Was so sinnlos ist, die Juden wurden schon erreicht. Jesus Christus war schon gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, wie er selbst sagt. Aber was haben sie gemacht? Ja, er kam das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht an. Dann heißt es eben, hey, geht an die Enden der Erde. Geht raus. Und er erreicht die Heiden mit dem Evangelium. Sie haben sich nicht daran gehalten. Gott bringt Verfolgung, damit sie sich eben zerstreuen. Damit sie eben die Heiden erreichen. Und dann gehen die Apostel endlich weg. Was macht Paulus? Geht in irgendeine Synagoge der Juden. So, dann gibt es einen riesen Aufruhr. Es wiederholt sich immer und immer wieder in der Apostelgeschichte. Und es könnte sich denken, oh Mann, Junge, was ist falsch mit dir? Aber so ist eben menschliche Natur. Wir sind gewöhnt an etwas. Wir haben Probleme, uns umzugewöhnen. Und das sehen wir sogar beim Apostel Paulus. Ich meine nicht, dass irgendeiner von uns heranreichen würde an den Apostel Paulus. Denn es heißt, dass er mehr gearbeitet hat als sie alle. Und ich denke, das hat er durch den Heiligen Geist gesprochen. Aber in gewisser Art und Weise machen wir heutzutage deutlich bessere Arbeit als der Apostel Paulus. Nicht genau so viel Arbeit. Er hat mehr gearbeitet als sie alle. Aber wir machen bessere Arbeit. Denn wir haben es kapiert, dass es die falsche Vorgehensweise ist, einfach nur in die Synagogen zu gehen. Ich werde nicht in eine Synagoge des Satans gehen und den Kindern des Teufels das Evangelium verkündigen. Sie werden es nicht annehmen. Was macht das für einen Sinn? Natürlich, hier und da werden einzelne Juden gerettet. Ja, aber es ist nicht unser Ziel. Einfach, wir müssen das Volk Gottes erreichen. Wir müssen Israel erreichen. Aber das haben sie immer und immer wieder gemacht. Dann gab es eine Aufruhr. Sie haben das Evangelium natürlich abgelehnt. So, jetzt bin ich fertig mit euch. Ich gehe zu den Heiden. Was macht er als nächstes? Geht in eine Synagoge. Jetzt bin ich fertig mit euch. Ich gehe zu den Heiden. Dann kommen wir an im letzten Kapitel der Apostelgeschichte. Was macht er? Er hat diese Mietwohnung. Er ist in Rom. Er ist quasi in Gefangenschaft. Aber ihm wurde diese Mietwohnung gewährt. Was macht er? Er ruft die Ältesten der Juden zu sich. Ich denke mir, meine Güte. Was ist falsch mit dir, Junge? Eindeutiger Befehl von Jesus Christus selbst. Geht hin. Ihr sollt meine Zeugen sein von Jerusalem. In Jerusalem, ganz Judäa und Sumaria. Und bis an das Ende der Erde. Wir sollen die Enden der Erde erreichen. So, dann kommen die Ältesten der Juden. Sie lehnen das Evangelium natürlich ab. So, jetzt wende ich mich den Heiden wieder zu. Es ist einfach lustig zu lesen, wie er immer wieder diesen Fehler gemacht hat. Immer wieder ein bisschen zurückgefallen ist. Es ist doch wieder in die Synagoge der Juden gegangen. So, jetzt gehe ich doch wieder zu den Heiden. Ja, ich sehe, ihr wollt das Evangelium nicht annehmen. Aber so sind eben Menschen. Und deshalb sage ich, wir sollten nicht einfach eins zu eins die Apostelgeschichte nehmen und als Vorbild nehmen. Denn die Apostelgeschichte ist Geschichte. Es wird berichtet, was Menschen gemacht haben. Und die Bibel ist natürlich zu 100% korrekt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und, aber du musst verstehen, dass nicht das, was einzelne Menschen gemacht haben, korrekt ist. Es ist korrekt, dass sie das gemacht haben, so wie es die Bibel sagt. Aber was sie gemacht haben, ist nicht automatisch korrekt. Überraschung. Ich meine, wenn die Bibel davon berichtet, dass David Ehebruch begangen hat, dann ist das nicht korrekt, nur weil er das gemacht hat. Und, wenn die Bibel davon berichtet, dass Abraham mehrere Frauen hatte, dann ist das nicht korrekt, nur weil er das gemacht hat. Aber es gibt eben diese falsche Denkweise, wir müssen uns jetzt das einfach alles zum Vorbild nehmen, was in der Apostelgeschichte steht. Wir müssen zur Urgemeinde zurückgehen. Wir wollen die Urgemeinde. Und immer dieses dumme Gelaber, hast du schon mal gehört, von der Urgemeinde. Wir wollen das Urchristentum. Nein, weißt du, was ich will? Ich will das Christentum des 21. Jahrhunderts. Denn das wahre biblische Christentum, das wir heutzutage haben, ist das biblischste Christentum, das es jemals gab. Und das meine ich wirklich so. Du kannst natürlich sagen, ja, aber was ist mit dem Abfall in den letzten Tagen und so weiter. Du siehst doch hier die EKD und die katholische Kirche. Das Christentum im Großen und Ganzen, das ist doch vollkommen verkommen. Aber halt, stopp. Ich rede von tatsächlichem Christentum, biblischem Christentum. Biblisches Christentum, Kirchen, die wirklich an die Bibel glauben, die werden im Schnitt besser, nicht schlechter. Ich will nicht, dass dieses Urchristentum haben. Ich will nicht die Urgemeinde aus der Apostelgeschichte haben. Dann würden wir einen Haufen Fehler machen. Dann würden wir einen Haufen Fehler machen. Ich glaube, dass wir heutzutage jetzt, im 21. Jahrhundert, das Beste tatsächlich biblische Christentum haben, das es jemals gab. Denn mit der Zeit nimmt er Kenntnis zu. Mit der Zeit lernen wir mehr, verstehen mehr, können aus den Fehlern vorheriger Generationen lernen. Deswegen kann Christentum immer ein Stückchen besser werden. Ich will nicht diese Urgemeinde. Ich will nicht dieses Urchristentum. Ich will nicht dieselben Fehler machen, von denen wir in der Apostelgeschichte lesen. Und dann denkst du dir vielleicht, okay, wie kannst du sagen, Anselm, dass das und das falsch war. Dass es falsch war, von Paulus in die Synagogen zu gehen. Immer wieder. Und dass es falsch war, dass sie zum Beispiel in der Apostelgeschichte diese Liste von arbiträren Regeln aufgestellt haben. Hier, davon sollen sich die Heidenchristen fernhalten. So vom Blut, vom Ersticken, von Unzucht und Götzendienst und vielleicht noch ein fünfter Punkt, ich weiß es nicht ganz genau. Wozu diese komische Liste? Und ich könnte noch weiter Sachen aufzählen, die einfach komisch sind in der Apostelgeschichte, wo sie ganz einfach falsch lagen. Oder, dass Paulus Timotheus hat beschneiden lassen. Das war falsch. Ich meine, wir lesen dann in den Briefen, dass wenn jemand beschnitten ist, dann soll er nicht suchen, dann soll ich danach trachten, ich fasse ungefähr zusammen, unbeschnitten zu sein. Wenn jemand unbeschnitten ist, dann soll er nicht danach trachten, beschnitten zu sein. Also, natürlich, durch den Heiligen Geist, den Spirit vom Heiligen Geist, haben die Apostel und so weiter das Richtige geschrieben. Aber sie waren trotzdem Menschen, sie waren nicht perfekt und sie haben eben Fehler gemacht. Und wir müssen das, was wir in der Apostelgeschichte zum Beispiel lesen oder das, was wir in anderen Geschichtsbüchern der Bibel lesen, das müssen wir prüfen anhand des Rests der Schrift. Wir müssen das prüfen anhand der Evangelien und vor allem anhand der Briefe. Denn in den Briefen lesen wir eben die konkrete, abstrakte Lehre. So, so wird man gerettet, so ist das konkret. Aber in der Apostelgeschichte lesen wir dann eben auch ganz einfach viel davon, was sie gemacht haben. Und wir können uns an vielen Dingen ein Vorbild nehmen, aber hier und da muss man, wir müssen das natürlich prüfen anhand hauptsächlich der Briefe und so weiter, ob das wirklich alles richtig war. Weil es war nicht alles richtig, was sie gemacht haben. Und ich will deshalb nicht diese Urgemeinde, ich will nicht dieses Urchristentum, hey, wir leben im Hier und Jetzt, wir leben im 21. Jahrhundert und wir können heutzutage das beste Christentum haben. Dafür bin ich fest überzeugt. Und wir sollten, wenn es darum geht, Tür-zu-Tür-Evangelisation, wenn es darum geht, wie wir dieses Ziel erreichen, die ganze Welt mit der Evangelie von Jesus Christus erreichen, sollten wir nicht einfach sagen, wir machen jetzt exakt dasselbe wie in Apostelgeschichte. Das wäre eine dumme Vorgehensweise, denn sie haben Fehler gemacht. Sie waren Menschen. Das ist normal. Sondern wir sollten gucken, was hat Jesus Christus konkret gelehrt, was können wir in den Briefen finden, was ist die konkrete Lehre. Und wir können Prinzipien ableiten. Aber ich war dabei stehen geblieben eigentlich, dass es damals eben so war im Alten Testament, Leute sind gekommen vom Ende der Erde. Heutzutage, was hat sich geändert, sollen wir bis an die Ende der Erde gehen, weil es eben nicht mehr das physische Volk Gottes gibt. Aber was machen Gemeinden heutzutage? Was machen Gemeinden heutzutage? Gehen sie an das Ende der Erde? Machen sie das wirklich? Gemeinden heutzutage, sie beten und warten. Das ist, was sie machen. Sie sind in ihrem völlig toten, langweiler Hauskreis und dann wird gebetet, bitte bring jemanden vorbei. Und dann alle paar Jahre kommt jemand vorbei. Und ich hoffe, dass die Person gerettet wird, was natürlich in den meisten Fällen überhaupt nicht der Fall ist, weil die meisten Gemeinden heutzutage ein falsches Evangelium verkündigen. Das ist leider so. Aber sie machen eigentlich nichts anderes, als zu beten und zu warten. Und wenn es hochkommt, dann gibt es irgendwie eine Traktate-Verteilaktion, was zu 100% sinnlos ist. Eine Kalender-Verteilaktion, 100% sinnlos. Irgendein Büchertisch, sinnlos. Irgendeine tolle Sonderveranstaltung, alle paar Jahre, da werden dann Leute eingeladen. Und dann wird geködert mit Musik, da wird geködert mit Kaffee und Kuchen. Dann steigen einfach zusammen, wir wollen nicht das Evangelium predigen. Wir wollen euch zeigen, wie man in den Himmel kommt. Was machen sie? Hauptsächlich einfach beten und warten, dass jemand vorbeikommt vom Ende der Erde. Vom Ende der Erde und dann am besten auf die Knie fällt. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ich bin vom Ende der Erde gekommen. Sag mir, was ich tun muss, um gerettet zu werden. Und sie warten einfach nur, dass jemand vorbeikommt. Aber wir sollen bis an das Ende der Erde gehen und nicht darauf warten, dass jemand kommt und uns anfleht. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist toll, wenn das passiert. Aber das passiert vielleicht alle paar Jahre, mehr nicht. Und ich habe euer Gemeindehaus gesehen und die Zerreiner Straße 32 in 75172 Pforzheim, die ist so schön. Und ihr seid so weise, ihr habt so weise Satzungen und Rechtsbestimmungen und Gesetze. Deswegen bin ich gekommen vom Ende der Erde zur Zerreiner Straße 32. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Hey, es gibt kein physisches Volk Gottes mehr. Es gibt nicht mehr das Jerusalem wie im Alten Testament. Der Modus, die Methodik hat sich geändert. Damals hat das funktioniert. Da kam dann eben die Königin des Südens, weil sie gehört hat von der Weisheit Salomo, weil sie gehört hat, wie großartig dieses Volk ist, eben durch die Gesetze des Herrn, denen sie nachgefolgt sind. Und dann hat sie die Diener Salomo gesehen, wie sie gekleidet waren und sie war außer sich. Das ist unfassbar. Aber das wird heutzutage nicht passieren. Niemand wird sagen, die Zerreiner Straße 32 ist so schön, das ist alles so toll hier und eure Weisheit und eure Gesetze. Und das wird nicht passieren. Sie werden nicht einfach kommen vom Ende der Erde und auf die Knie fallen, was muss ich tun, dass ich gerettet werde, sondern wir müssen herausgehen bis an die Enden der Erde. Und das ist wirklich der erste wichtige Punkt, dass wir herausgehen aus der Gemeinde, nicht in der Gemeinde warten, beten und warten, bis jemand dann mal irgendwann vorbeikommt. Und es gibt falsche Gebete. Hör mir zu, mein Freund, es gibt falsche Gebete. Wenn die Bibel sagt, dass wir bis an die Enden der Erde gehen sollen, dass wir der ganzen Schöpfung des Evangeliums predigen sollen, dann ist das die Gebete der Hörung. Was ich damit meine ist, dann weißt du, wie wir Menschen mit dem Evangelium erreichen. Dann musst du nicht dann trotzdem einfach beten, dass Gott jemanden vorbeischickt. Moment mal, schon wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Also wenn Gott dir gesagt hat, tue das und das, du willst aber trotzdem, dass es auf eine andere Weise ist und du betest dafür, das ist ein Gräuel. Gott hat schon gesagt, so und so ist es. Dann, okay, das ist die Antwort, dann mach das doch. Dann geh an die Enden der Erde. Also, erster Punkt, was ist unser Ziel? Alle Völker, die ganze Schöpfung mit dem Evangelium zu erreichen, großes Ziel. Wie erreichen wir das Ziel? Wir müssen tatsächlich herausgehen. Schlagt auf, Lukas Kapitel 4, Vers 43. Lukas Kapitel 4, Vers 43. Tut mir leid, ihr schlagt auf, Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10. Ich fange an vorzulesen, Lukas Kapitel 10, Vers 1. Da heißt es, danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Wenn wir so ein großes Ziel erreichen wollen, dann brauchen wir natürlich eine Strategie. Wir brauchen eine Vorgehensweise. Danach bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei. Erster wichtiger Punkt, wir sollen zwei und zwei gehen. Also zu zweit nicht alleine, sondern zu zweit ist die beste Methode, denn hey, der Zweite, der dann als stiller Partner agiert, der kann beten dafür, dass Gott Störungen fernhält, dass derjenige Konzentration hat, den wir predigen und so weiter. Und auch ganz einfach, physisch ist es natürlich besser, wenn man zu zweit ist, wenn man tatsächlich angegriffen wird. Also zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Also das Prinzip, das wir hier schon sehen, ist eben zwei und zwei und Stadt für Stadt. Wenn wir die ganze Welt mit dem Vergeben erreichen wollen, brauchen wir eine Strategie. Was ist die Strategie? Stadt für Stadt. Stadt für Stadt abklappern. Stadt für Stadt systematisch erreichen. Denn nur so können wir sicherstellen, dass wir eben wirklich die ganze Schöpfung erreichen. Ich zitiere kurz aus Lukas 4, Vers 43, ihr bleibt in Lukas 10. Da heißt es, er aber sprach zu ihnen, ich muss auch zu den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Also Jesus selbst hat auch gesagt, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Jesus selbst hatte zum Ziel, eben Stadt für Stadt die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu erreichen. Das trifft auf uns natürlich nicht eins zu eins zu, denn wir sollen jetzt tatsächlich herausgehen. Ja, nicht einfach Israel. Aber dann heißt es weiter in Lukas Kapitel 10, Vers 2, ihr seid in Lukas Kapitel 10, Vers 2, er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe, tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Und da kann man sich denken, Moment mal, das ist ein ziemlich eindeutiges Gebot, nicht wahr? Sollen wir das wirklich anwenden? Aber dazu komme ich dann gleich. Und hey, nicht falsch verstehen, eindeutige Gebote sollen wir natürlich anwenden, aber ich zeige euch dann gleich, dass das etwas ist, was Jesus dann eindeutig geändert hat später für uns. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da spricht zuerst Friede diesem Haus. Jetzt sehen wir hier den zweiten wichtigen Hinweis, das ist jetzt eindeutige Lehre. Natürlich können wir uns anschauen, was haben die Leute in der Apostelgeschichte gemacht. Was haben die Apostel gemacht, die Jünger gemacht in der Apostelgeschichte. Das war aber nicht alles unbedingt richtig. Sie haben eben immer wieder Fehler gemacht. Deswegen schauen wir uns erstmal an, was hat Jesus selbst gelehrt in den Evangelien. Wo er aber in ein Haus hineingeht, da spricht zuerst Friede diesem Haus. Also Jesus setzt es im Grunde genommen voraus. Es ist eigentlich klar, sollte es jedem sein, klar, wenn ihr Stadt für Stadt erreicht, wenn ich euch im Grunde genommen in eine Stadt und in diese Orte sende, natürlich geht ihr dann in die Häuser. Ihr klopft an die Tür. Und predigt von Haus zu Haus. Nicht wahr? Also wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da spricht zuerst Friede diesem Haus. Deswegen Evangelisation von Haus zu Haus, von Tür zu Tür. Keine Straßenpredigt. Sie sollten nicht in eine Stadt gehen, in alle Städte und Orte, wohin Jesus selbst kommen wollte, wie es in Vers 1 heißt, um dort eine Straßenpredigt zu halten. Um dort sich auf den Platz zu stellen mit einem Megafon und dann die Leute anzuschreien. Denn jeder hasst das. Jeder ist davon angekotzt und jeder wird weggehen. Keine Straßenpredigt, sondern von Haus zu Haus, ganz in Ruhe. Vers 6, da heißt es weiter, und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Was können wir aus diesem Vers lernen? Ganz einfach. Wenn uns Ablehnung entgegenschlägt, wird Gott auf unserer Seite sein, wird Gott uns schützen. Wenn aber nicht, also wenn dort nicht ein Sohn des Friedens ist, so wird der Friede wieder zu uns zurückkehren. Wir werden Frieden haben. Er ist kein Sohn des Friedens. Er reagiert vielleicht richtig ablehnend, extrem unfreundlich, richtig aggressiv vielleicht. Ich rufe die Polizei und so, ihr Schweine. Und es gibt extreme Ablehnungen, auf die man manchmal stoßen kann. Aber hey, der Friede wird zu uns zurückkehren. Gott ist auf unserer Seite. Wir machen das Richtige. Vers 7, in demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert, geht nicht aus einem Haus ins andere. Was Jesus damit sagt ist, Jesus hat sie eben, in Vers 4 heißt es, weggeschickt ohne Beutel, ohne Tasche, ohne Schuhe, also ohne Proviant, ohne Geld, ohne feste Schuhe, einfach nur Sandalen. Also extrem minimalistisch, weil sie eben auf Jesus Christus vertrauen sollten, auf Gott vertrauen sollten. Und sie sollten darauf vertrauen, dass sie auch leiblich versorgt werden. Deswegen sollten sie in dem Haus, in das sie gehen, in dem ihnen was vorgesetzt wurde, sollten sie bleiben erstmal und erstmal essen und trinken, was ihnen dort vorgesetzt wird. Vers 7, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also sie sollten nicht einfach in das Haus gehen, predigen, fertig, zum nächsten Haus gehen, sondern erstmal das, was ihnen vorgesetzt wurde, das sollten sie erstmal essen. Denn sie waren darauf angewiesen, denn sie sollten kein Proviant mitnehmen. Das heißt aber nicht, dass sie dann einfach nur das eine Haus gehen in der Stadt und dann zur nächsten Stadt gehen und die anderen Häuser sein lassen. Das ist nicht, was der Vers aussagt. Im Kontext geht es darum, dass sie in dem Haus bleiben sollten, nicht einfach zack, zack, zack von einem Haus zum nächsten, sondern erstmal in dem einen Haus bleiben, erstmal essen, was ihnen vorgesetzt wurde. Dann würde es zum nächsten Haus weitergehen. Denn es würde keinen Sinn machen, einfach nur in ein Haus zu gehen und dann nicht ins nächste Haus zu gehen und einfach nur in die nächste Stadt zu gehen. Das würde keinen Sinn machen. Im Kontext geht es darum, dass sie sich versorgen lassen sollten. Und dann ging es zum nächsten Haus weiter. Einfach von der Logik her. Vers 8, und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und halt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahezu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auch ihre Gassen hinaus und sprecht. Auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahezu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jedem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Und hier ist das Ding, wenn wir auf Ablehnung stoßen und wir wollten diese Stadt erreichen, aber diese Stadt ist einfach komplett anti... Hey, dann schütteln wir einfach den Staub von unseren Füßen, gehen weiter. Und das ist Seelen gewinnen mit Logik. Das ist Mission mit gesundem Menschenverstand. Ablehnung, weitergehen. Staub von unseren Füßen schütteln, weitergehen. Wozu? Auf Biegen und Brechen irgendwie Mission in Israel machen. Aber das ist, was Christen heutzutage machen wollen, nicht wahr? Sie wollen unbedingt nach Israel gehen. Ich will nach Israel in die Mission gehen. Wo du sofort weißt, von vornherein, dass du eigentlich laut der Bibel, laut Jesus Christus selbst, laut dem Sohn Gottes selbst, den Staub von deinen Füßen schütteln müsstest. Aber sie wollen trotzdem einfach auf Biegen und Brechen nach Israel gehen. Wir gehen nach Nordkorea in die Mission. Seelengewinn mit Logik ist das hier das Prinzip, das wir daraus lernen können. Ablehnung, geh weiter. Also was ist das Ziel? Möglichst viele Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Möglichst effizient zu sein. Matthäus 10, schlagt Matthäus 10 auf. Da heißt es im Vers 5, Matthäus 10, ich lese vorab Vers 5. Diese zwölf sandte Jesus ausgeboten und sprach. Das ist eine Parallelstelle. Allerdings geht es hier konkret um die zwölf Apostel, aber es sind ähnliche Befehle. Matthäus Kapitel 10, Vers 5. Diese zwölf sandte Jesus ausgeboten und sprach. Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden, betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das war natürlich, was damals für sie galt. Sie sollten erst mal Israel erreichen, aber dann in der Apostelgeschichte eben sollten sie in Jerusalem bleiben, bis der Heilige Geist auf sie gekommen war. Und dann sollten sie eben weggehen natürlich. Vers 7 geht aber hin, verkündigt und sprecht. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt, aussätzige, weckt Tote, auftreibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, ähnlich wie in Lukas, was wir gelesen haben. Keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn der Arbeit ist seine Nahrung wert. Wo ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf hineingeht, der erkundigt euch, wer es daran wert ist und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Im Kontext dessen, dass sie auf Gott vertrauen sollten, dass er sie versorgen wird, dadurch, dass ihnen was vorgesetzt wird in einem Haus, dass sie etwas zu essen bekommen, ging es eben darum, sie sollten sich erkundigen, wer es daran wert ist in der Stadt. Also, so wie ich das verstehe, erkundigen, wer es hier ein devoter, ein gottesfürchtiger Israelit. Also, wo hätten sie quasi die meiste Chance, dass sie auch physisch versorgt werden? Zum einen ist das eben wieder Seelengewinn mit Logik, wer ist es hier wert in der Stadt, wer wird wirklich auf uns hören, wer ist gottesfürchtig? Zum anderen, in dem Kontext eben, dass sie nichts mitnehmen sollten, ging es auch darum, dass sie da eben die Chance hatten, auch versorgt zu werden. Der Arbeiter ist seiner Nahrung wert, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist eine Sache. Erkundigt euch, wer es daran wert ist und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Seelengewinn mit Logik. Natürlich trifft es nicht eins zu eins zu, denn ich zeige euch dann gleich, dass sich das geändert hat. Heutzutage sollen wir Proviant mitnehmen. Wir sollen sogar, Jesus sagt sogar, dass wir ein Schwert mitnehmen sollen. Also, verallgemeinert, wir sollten nicht ohne eine Waffe rausgehen eigentlich. Und das ist natürlich nur zu einem gewissen Grad möglich in Deutschland. Aber Seelengewinn mit Logik ist das hier wieder in Vers 11, Matthäus Kapitel 10, Vers 11. Lass mich dir ein anderes Beispiel geben, wenn man das jetzt verallgemeinert, ein Prinzip daraus zieht, eine Lehre daraus zieht. In Pforzheim haben wir uns erkundigt, was ist das ärmste Viertel. Das war damals, ich glaube, also damals, 2019 oder 2020, als ich mit Bruder Kai das erste Mal Seelengewinn gegangen bin in Pforzheim. Wir haben geschaut, okay, was ist das ärmste Viertel, nicht wahr? Das war das Maumau-Viertel. Und weil wir eben das Ziel hatten, effizient zu sein, Menschen zu erreichen, die offen sein würden mit dem Evangelium. Das Seelengewinn mit Logik, Mission mit gesundem Menschenverstand. Wir haben uns sozusagen erkundigt, wer es daran wert ist. Und das kann man heutzutage natürlich viel einfacher machen im Internet. Und das wäre ein Prinzip zu gucken, okay, wo sind Leute ärmer? Denn ärmere Leute sind oftmals, nicht immer, aber oftmals offener für das Evangelium. Nun, in dem Fall hat sich herausgestellt, okay, das Maumau-Viertel, das war nicht wirklich empfänglich, so viel empfänglicher. Aber hey, das ist ein Prinzip, das wir daraus lernen können. Ja, wir erkundigen uns, wer es daran wert ist. Was wäre zum Beispiel ein Stadtviertel auch, was offener wäre für das Evangelium? Anderes Beispiel, Bruder Moses ist nach Indien gegangen und ist dort Seelengewinn gegangen. Und er hat sich eben auch erkundigt, wer es daran wert ist. Also, wenn er irgendwie dumm angeredet wurde von einem Hindu, die natürlich sehr anti-Seelengewinn sind. Hier, was machst du? Hat er einfach gefragt, ja, wo ist hier, wo wohnen Christen? Ja, wo sind gottesfürchtige Leute, mit anderen Worten? Wo wohnen Christen? Er hat sich erkundigt, wer es daran wert ist. Aber es heißt weiter im Vers 12, wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es mit dem Friedensgruß. Wenn das Haus das wert ist, so komme euer Friede über dasselbe ist, ist es aber dessen nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren. Das sind eben alles Parallelfersen. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich sage ich euch, es wird dem Land Sordom und Gomorra erträglicher gehen im Takt des Gerichts als dieser Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Klug wie die Schlangen. Wir sollen natürlich effizient vorgehen, denn was ist unser Ziel, die ganze Welt zu erreichen mit dem Evangelium? Wie gehen wir vor? Wir gehen heraus. Wir sollen nicht in einer Stadt bleiben, sondern wir sollen herausgehen. Natürlich wollen wir erstmal unsere Stadt erreichen, aber das Ziel ist nicht einfach Israel zu erreichen, sondern wir sollen herausgehen zu allen Völkern. Wie erreichen wir dieses Ziel? Indem wir von Haus zu Haus gehen. Wir gehen zwei und zwei. Und hey, das ist nicht die einzige Methode, Seelengewinn zu gehen. Das heißt nicht, dass es falsch ist, auf den Straßen junge Leute anzusprechen. Aber die hauptsächliche Methode soll es sein und dazu gehen wir dann schrittweise über. Als Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Deswegen predige ich diese Predigt als Vorbereitung darauf, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Damit ihr wisst, was der Plan ist, wie wir vorgehen, warum wir vorgehen, von Tür zu Tür evangelisieren zu gehen. Wenn wir dieses Ziel wirklich erreichen wollen, die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen, dann brauchen wir einen Plan, dann brauchen wir Systematik, dann brauchen wir Strategie. Und wir können nur die ganze Welt erreichen, wenn wir eben eine messbare Vorgehensweise haben. Wir brauchen eine messbare Vorgehensweise. Und die messbare Vorgehensweise ist, logischerweise von Haus zu Haus zu gehen. Denn dadurch werden wir früher oder später alle Menschen erreichen. Jeder wohnt irgendwo, nicht wahr? Von Haus zu Haus, von Tür zu Tür, wie auch immer. Von Stadt zu Stadt. Wir sollen alle Städte erreichen. Das ist die Vorgehensweise, wie wir das Ziel erreichen. Wir sollen klug sein wie die Schlangen, effizient sein, Seelengewinn mit Logik und ohne falsch wie die Zauben. Wir sollen dabei natürlich ehrlich bleiben. Es geht nicht darum, einfach nur gute Zahlen zu erreichen. Sondern wir sollen dabei ohne falsch sein. Es geht nicht darum, irgendwie Leute zu locken mit falschen Versprechen. Oder dann irgendwie ein bisschen das Evangelium so, ihnen unterzujubeln. Sondern wir sollen ohne falsch sein wie die Tauben. Mit einer klaren Absicht hier. Wir wollen dir zeigen, wie du dir sicher sein kannst, wie du in den Himmel kommst. Das wäre etwas, was wir aus dem Vers lernen können in dem Kontext. Dann heißt es in Lukas 22, Vers 35, ich muss das nicht aufschlagen. Ich möchte einfach euch kurz zeigen, warum nicht alles 1 zu 1 aus diesen Versen, Lukas 10 war das, und Matthäus Kapitel 10, warum das nicht alles 1 zu 1 auf heutzutage zutrifft. Jesus selbst sagt in Lukas 22, Vers 35, und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt. Sie sprachen nichts. Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Also das hat sich geändert. Und ich habe das online gesehen. Da gibt es Christen, die wollen evangelisieren, laut Lukas Kapitel 10. Und ganz minimalistisch, ohne Beutel, ohne Tasche, ohne Schuhe und so weiter, Seelengewinn gehen. Oder auf ihre Weise Seelengewinn gehen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt das richtige Evangelium verkündigen, mal ganz davon abgesehen. Und wenn man bisher wenig die Bibel gelesen hat, wenn einem das noch nicht aufgefallen ist, dass sich das geändert hat, dann denkt man sich, okay, das klingt nach einer coolen Sache. Sie wollen eben wirklich das tun, was in Lukas Kapitel 10 steht. 1 zu 1. Klingt toll. Aber es ist tatsächlich nicht biblisch. Jetzt, da Jesus nicht mehr physisch unter uns ist, jetzt, da Jesus nicht mehr im Fleisch mit uns wandelt, hat sich etwas geändert. Ja, wir sollen den Beutel nehmen, wir sollen die Tasche nehmen und ich denke, was damit gemeint ist, Proviant mitnehmen. Wir sollen einen Geldbeutel, Verzeihung, mitnehmen. Wir sollen Proviant mitnehmen, Geld mitnehmen, dass wir eben was zur Versorgung haben. Oder hey, wir gehen eben in Pforzheim in ein Restaurant essen, wie auch immer. Und wer es nicht hat, also mit anderen Worten, wer nicht genug Geld hat, der verkaufe seinen gewandten Koffer ein Schwert. Also wir sollen auch gegen physische Angriffe gewappnet sein. Nun, das ist natürlich eine Sache, die ein bisschen abhängig ist von der Gegend. Wir werden in Pforzheim nicht auf dieselbe extreme Ablehnung stoßen, wie sie die Ablehnung erfahren haben damals von den Juden, dass sie dann gesteinigt wurden, was weiß ich. Also natürlich, hey, wir schalten unseren Kopf ein, es ist nicht ein und dieselbe Situation. Aber hey, es ist nicht schlecht, etwas dabei zu haben, auch wenn es nur ein Messer ist. Und hey, es sollte ein legales Messer sein. Natürlich ist es uns in Deutschland nicht möglich, tatsächlich Waffen mitzuführen im Sinne von Schusswaffen oder was auch immer. Aber hey, das ist, was Jesus sagt, wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Damit will ich euch nicht irgendwie Angst machen, denn ganz ehrlich, all die Jahre, die zugegeben wenigen Jahre bisher, in denen ich von Tür zu Tür Seelengewinn gegangen bin, gab es nie eine wirklich extrem gefährliche Situation. Ablehnung ja, aber das hat sich alles in Grenzen gehalten. Also, bleib locker. Und hey, hier ist das Ding, wenn dort nicht ein Sohn des Friedens ist, was haben wir gelernt? Wenn dort nicht ein Sohn des Friedens ist in dem Haus, dann wird unser Friede wieder zu uns zurückkehren. Wir werden Frieden haben. Gott beschützt uns. Mach das Richtige, Gehseelengewinnen, Gott beschützt dich, nicht wahr? Aber was sind die Methoden, die Christen heutzutage anwenden? Denn Christen heutzutage, die kommen sich so viel schlauer vor als Jesus selbst und denken, sie müssten irgendwie neue tolle Methoden erfinden, denn Tür zu Tür Evangelisation, das funktioniere ja nicht mehr. Ja, lustig, dass es offensichtlich doch funktioniert, denn wir retten dadurch einen Haufen Menschen durch Tür zu Tür Evangelisation. Und wir haben dadurch eine messbare Vorgehensweise, durch die wir sagen können, wir haben so und so viel Prozent vom Ziel erreicht, die ganze Welt zu erreichen. Nicht wahr? Das ist die sinnvolle Methodik. Wir müssen auch einfach ein bisschen Logik nutzen. Wie sollen wir dieses große Ziel erreichen? Nun, wir brauchen eine messbare Vorgehensweise. Was ist das Vorbild, das wir in der Bibel finden? Haus zu Haus, zwei und zwei und so weiter. Aber die Christen heutzutage haben so viele tolle andere Methoden. Was sind die Methoden heutzutage? Matthäus Kapitel 12, Vers 18, da heißt es, Matthäus Kapitel 12, Vers 18, ich lese es vor. Ab Vers 18, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist offenlegen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Das ist eine Prophezeiung, die sich dann auf Jesus bezogen hat. Nein, nicht dann, sondern die sich auf Jesus bezogen hat. Schon immer natürlich. Es ging schon immer um Jesus Christus in der Bibel. Amen. Aber was lernen wir hier daraus? Er wird nicht streiten noch schreien. Jesus war kein Apologet, der sich gestritten hat, der Debatten geführt hat, der sich dann mit dümmlichen Atheisten gestritten hat, ob es einen Gott gibt oder nicht. Jesus Christus und Fleisch, Gott und Fleisch. Hier. Jesus Christus war kein Apologet. Wir sollten kein Apologeten sein. Aber Christen heutzutage haben ihre tollen anderen Methoden, die sich nicht in der Bibel finden lassen. Er wird nicht streiten noch schreien. Er war auch kein Straßenprediger und hat die Leute zusammengeschissen. Ihr Sünder, kehrt um von euren Wegen. Ja, so kommen wir nicht in den Himmel, mein Freund. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in deinem Haus. Nicht durch Umkehr von Sünde. Okay. Glaube allein. Er wird nicht streiten, er war kein Apologet, noch schreien, er war kein Straßenprediger und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Ich meine, es könnte nicht eindeutiger sein. Das heißt nicht, dass Jesus gar nicht geredet hat auf den Gassen, auf den Straßen. Natürlich, da saß ein Blinder am Weg. Der wurde gerettet. Natürlich, auch wenn wir von Tür zu Tür gehen, dass jemand auf der Straße ist, das heißt nicht, dass wir den nicht ansprechen dürfen. Aber in dem Kontext, er wird nicht streiten, noch schreien, bedeutet das, dass seine Stimme nicht auf den Gassen gehört wurde, dass er eben kein Straßenprediger war. Er hat sich nicht auf die Straße gestellt, das war nicht sein Ziel und hat die Leute angeschrien. Und, ja, Jesus war kein Straßenprediger. Aber Leute haben diese tollen Ideen. Wie können wir Leute erreichen heutzutage? Denn Tür zu Tür der Evangelisation funktioniert noch nicht mehr. Keine Ahnung, wie Leute darauf kommen, aber das ist die Vorstellung, die Christen. Viele Christen haben, nicht wahr? Dass sie irgendeine tolle andere Methodik brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Einfach das tun, das Vorbild, das wir in der Bibel finden. Wir lernen Prinzipien daraus, schalten unser Hirn ein. Wie können wir effizient das Ziel erreichen? Nicht durch Straßenpredigt. Das wäre Quatsch. Warum sollten wir etwas völlig Konträres tun? Warum sollten wir etwas tun, was Jesus eindeutig nicht getan hat? Er wird nicht streiten, noch schreien. Und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Hey, nicht diskutieren mit Leuten. Diskutiere nicht. Sie wollen diskutieren? Okay, hey, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und geh weiter. Streite dich nicht. Diskussionen, Debatten sind sinnlos. Wir sind keine Straßenprediger. Markus 1, Vers 44. Ihr schlagt auf, Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6. Ich lese euch vor aus Markus Kapitel 1, Vers 44. Da heißt es und sprach zu ihm, Hab acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung. Also das war der Mann, den Jesus gereinigt hat vom Aussatz. Und er sagt zu ihm, Hab acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging hinaus, ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Und das ist eine interessante Verse, denn es scheint auf den ersten Blick etwas merkwürdig, wenn man das das erste Mal liest, dass Jesus immer wieder eigentlich in der Evangelien Leuten sagt, hey, er zählt niemand davon. Also er sagt immer wieder, dass sie nicht davon erzählen sollten, dass er Jesus der Christus war. Er sagt immer wieder, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Man kann sich denken, warum eigentlich? Aber die Antwort dafür finden wir einfach im nächsten Vers. Ich habe eben vorgelesen, Markus 1, Vers 44 und 45. Die Antwort ist in Vers 45. Der vom Aussatz gereinigte, ging und fing an, es vielfach zu verkündigen, breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte. Denn was war Jesu Ziel? In alle Städte zu gehen, Stadt für Stadt, die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu erreichen. Aber dann haben Leute nicht auf ihn gehört, haben ihn trotzdem offenbar gemacht, trotzdem bekannt gemacht, trotzdem rumerzählt. Die Wunder, die er getan hat, dann kamen eben Menschenmassen zusammen. Und dann konnte er eben nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. So viele Gemeinden heutzutage, sie gehen nicht wirklich Seelengewinn nach biblischem Vorbild. Sie gehen nicht von Haus zu Haus, sie gehen nicht einfach in Ruhe das Evangelium predigen, sondern machen irgendeine Veranstaltung. Und hier ist das Ding. Wie gesagt, es gibt nicht die eine einzig wahre Methode, jemanden mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. Aber es gibt die eine effiziente Methode, um schlussendlich ans Ziel zu kommen. Das ist Tür-zu-Tür-Evangelisation. Hier und da kann man andere Sachen zusätzlich machen. Zusätzlich als von Faith to Work Baptist Church veranstalten wir Missionsreisen zum Beispiel. Oder als Baptisten könnte ich ein zuverlässiges Wort, weil ihr in Pforzheim einfach noch so wenig Leute seid, ist bisher einfach die Methode, auf den Straßen junge Leute anzusprechen. Aber wir gehen eben Schritt für Schritt dazu über, von Tür zu Tür zu gehen, weil das die effiziente Methode ist, eben systematisch eine Stadt zu erreichen. Näher diesem Ziel zu kommen, die ganze Schöpfung zu erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Aber Christen heutzutage, sie wollen dann irgendeine Veranstaltung machen, irgendeine Sondersache. Dann wird geworben mit Musik und dann gibt es Kaffee und Kuchen und irgendwelche, dann gibt es eine Hüpfburg und dies und das, dann gibt es ein bisschen Evangelium. Aber das ist die falsche Vorgehensweise. Jesus selbst wollte, dass eben nicht viele Leute zusammenkommen, sondern er wollte eben Stadt für Stadt, er wollte effizient das Ziel erreichen. Und natürlich müssen wir dabei beachten, okay, Jesus hatte nur so viel Zeit, wie er hatte, um seinen Dienst zu verrichten auf der Erde. Deswegen, was ich damit sagen will, ist, natürlich können wir unser Seelen gewinnen, unsere Tür-zu-Tür-Evorganglisation mit ein paar anderen Methoden hier und da aufpeppen, sozusagen. Dass wir mal hier und da eben eine Missionsreise machen, wo wir dann eher nicht von Tür zu Tür gehen, sondern jungen Leuten auf der Straße predigen. Aber die Hauptsache, darauf will ich hinaus, die Hauptsache muss sein, von Tür zu Tür zu gehen. Das ist die effiziente, sinnvolle Methode. Aber was kann passieren? Und was passiert so häufig, wenn Gemeinden heutzutage irgendeine Veranstaltung machen? Ihr seid in Johannes Kapitel 6, Vers 25, da heißt es, Und da sieht man eben schön, ich habe das euch zitiert, Markus 1 und hier jetzt Johannes Kapitel 6. Was passiert, wenn eben große Menschenmassen zusammenkommen? Dann gibt es Leute darunter, die einfach nur satt geworden sind, die einfach nur auf das Essen aus sind, die vielleicht einfach nur durch die Musik gelockt wurden. Oder dass da eben einfach eine schöne Veranstaltung gab und dieses Null juckt, worum es eigentlich gehen sollte. Und das ist aber ein Geben von Jesus Christus. Deswegen, diese Art, einfach nur irgendwelche Veranstaltungen zu machen, und diese Haltung haben Gemeinden heutzutage, wir machen irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Aktionen, völlig ineffizient. Und wir sehen das hier eben schon. Natürlich kann man das nicht eins zu eins vergleichen, denn hey, das war Jesus Christus und da sind natürlich viel größere Menschenmassen zusammengekommen. Aber wir sehen trotzdem das Prinzip, dass dann Leute dabei sein werden, die einfach nicht interessiert sind am Evangelium. Und hier ist das Ding. Heißt das, dass es falsch ist, zu Menschenmassen zu predigen? Nein, Jesus hat das gemacht. Aber das ist offensichtlich nicht die effizienteste Methode. Deswegen wollte Jesus eben nicht, dass sie ihn offenbar machen, dass sie von ihm rum erzählen, damit er in Ruhe Stadt für Stadt die Menschen erreichen konnte. Ich hoffe, du hast die Erklärung verstanden. Und ich denke, das ist ein wichtiges Prinzip, das wir aus diesen Versen lernen können hier. Wir wollen effizient sein, nicht wahr? Und wie gesagt, hier und da kann man zusätzlich was anderes machen. Aber es muss zusätzlich sein. Die Hauptsache muss sein, dass wir von Tür zu Tür gehen. Natürlich zusätzlich, wenn wir eine Missionsreise veranstalten, hey, dann wird auch in der Schule gepredigt. Aber hier ist der Unterschied zu dem, was Gemeinden heutzutage im Großteil machen. Bei uns ist klar, hey, wir kommen, um das Evangelium zu predigen. Wir wollen euch was von Jesus Christus erzählen. Was machen Gemeinden heutzutage? Sie machen halt irgendeine schöne Veranstaltung. Und dann wird geködert mit anderen Sachen. Und ja, dann geht es auch ein bisschen um Gott und so. So am Rande hat man den Eindruck. Ja, dann kommen eben Leute, die einfach interessiert sind am Essen. Und das ist natürlich dumm einfach. Das ist keine sinnvolle Vorgehensweise. In Apostelgeschichte 20, Vers 20, ich will das nur ganz kurz erwähnen, da lesen wir auch, dass Paulus natürlich auch von Haus zu Haus gegangen ist. Ich bin schon genug darauf eingegangen, nur nochmal ganz kurz. Man könnte all diese Verse aus der Apostelgeschichte natürlich anführen. Ja, zum Beispiel Apostelgeschichte 20, Vers 20. Ich will das nur ganz kurz erwähnen, dass Paulus eben auch von Haus zu Haus gegangen ist. Warum erwähne ich das nur so kurz? Warum gehe ich dann nicht mehr auf solche Verse ein? Weil wir die Apostelgeschichte nicht einfach so als Vorbild nutzen können für unsere Evangelisation. Sondern wir müssen das eben prüfen, was sie getan haben. Und ich würde stattdessen lieber einfach eindeutigere Verse zeigen, was hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Denn Paulus ist toll, dass er von Haus zu Haus gegangen ist, aber er hat auch viele Fehler gemacht. Und wir können nicht einfach sagen, okay, er hat das und das gemacht, deswegen sollen wir das auch so machen. Sondern wir müssen es eben prüfen am Rest der Schrift. Was ist die sinnvolle Methode? Wie sollen wir Seelen gewinnen gehen? Haus zu Haus, das ist die Hauptsache. Also, unser Ziel, die ganze Welt zu erreichen. Wie machen wir das? Wir gehen von Tür zu Tür. Wir gehen von Haus zu Haus. Wir versuchen, jede Stadt zu erreichen, systematisch, dass wir messen können, okay, so und so viel haben wir bisher geschafft. Und das ist noch offen. Wir wollen das Ziel erreichen. Und wie verhalten wir uns jetzt aber an der Tür? Das ist mein dritter Punkt. Wie verhalten wir uns an der Tür? Und hier möchte ich einfach euch nur ein paar praktische Tipps geben. Ich hoffe, das wird jetzt kein allzu langer Teil, denn ich weiß, dass die Zeit eigentlich schon rum ist wahrscheinlich. Aber ich möchte euch einfach ein paar praktische Tipps geben noch zum Schluss dieser Predigt. Wie verhalten wir uns an der Tür? Wie gehen wir fort? Das meiste davon sollte euch klar sein, aber ich möchte auf ein paar Fehler auch hinweisen, die ich hier und da gesehen habe, die ich auch bei mir verbessert habe. Also, ich habe nicht irgendwie einen Balken in meinem Auge, wenn jetzt Leute wieder daherkommen. Wie kannst du so richtend sein? Wir sollen nicht richten. Bla, bla, bla. Sieht man immer schön in den YouTube-Kommentaren, nicht wahr? Aber wie verhalten wir uns an der Tür? Wir klingeln. Logischerweise. Wir drücken erst mal die Klingel und begrüßen die Leute freundlich. Denn du musst dir vor Augen halten, wir sind ungebetene Gäste. Wenn wir zu einem Haus gehen, an die Tür gehen, wir sind ungebetene Gäste natürlich. Deswegen sei besonders freundlich. Wir klingeln. Wir klingeln nicht Sturm. Hier. Sondern wir klingeln einmal, warten ein bisschen, vielleicht ein zweites Mal, aber dann ist es auch genug. Hey, ich heiße Anselm. Wir sind von der Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Wir würden Sie gerne zum Gottesdienst einladen. Geben die Einladung. Sind Sie Christ? Einfach offene Frage stellen. Sind Sie Christ? Was ist, wenn Leute uns sofort mit Ablehnung entgegenkommen? Dann sind wir auch bei Ablehnung freundlich. Also wenn jemand sagt, wenn jemand sofort sagt, nein, kein Interesse, dann drehen wir uns nicht einfach um. Okay, zack, weitergehen. Sondern wir sagen, okay, schönen Tag noch. Wünschen einfach einen schönen Tag und dann gehen wir weiter. Wir sind trotzdem freundlich. Denn hier ist das Ding, hoffentlich wird die Person trotzdem noch gerettet später. Ja, das ist blöd, wenn Leute sehr ablehnend daran reagieren, aber hey, hoffentlich werden sie trotzdem noch gerettet später. Also, klingeln, begrüßen, freundlich sein. Auch bei Ablehnung freundlich sein. Ich zitiere einfach kurz aus 2. Timotheus 2, Vers 23. Ihr müsst das nicht aufschlagen. Die törrigen und unverständlichen Streitfragen, aber weise zurück. Und dadurch weiß, dass Sie nur Streit erzeugen. Wenn Sie sich nicht auf irgendwelche, auf irgendeinen Streit anlassen, auf irgendeine Diskussion, wenn jemand diskutieren will, hey, ich möchte Ihnen einfach nur zeigen, was die Bibel sagt, wie du in den Himmel kommen kannst. Oder wie Sie in den Himmel kommen können. Wie Sie sich hier sein können. Nicht auf Diskussionen einlassen. Kann ich einfach ein paar Verse zeigen, wenn ich hier diskutieren will, okay, hey, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und zum nächsten Haus gehen. Keine sinnlosen Diskussionen, die törrigen und unverständlichen Streitfragen, aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein, gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig, im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte, zur Erkenntnis der Wahrheit. Hey, sei sanftmütig. Bleib locker. Vielleicht werden Leute doch noch gerettet. Manche Leute brauchen ein paar mehr Anläufe. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstreck des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Also keine Diskussionen, lasse dich nicht auf irgendwas ein. Das gilt natürlich allgemein, auch wenn wir auf der Straße Seelen gewinnen gehen. Aber auch an der Haustür. Hey, keine Diskussion, denn besonders an der Haustür bist du ein ungebetener Gast. Diskutiere nicht mit den Leuten. Wenn sie nicht zuhören wollen, wollen sie nicht zuhören. So einfach ist das. Wenn sie diskutieren wollen, ist es sinnlos. Es ist Zeitverschwendung. Was ist, wenn derjenige sagt, okay, du hast dich vorgestellt, ich heiße Anselm, bin von der Baptistenkirche zuverlässiges Wort, würde sie gerne zum Gottesdienst einladen. Sind sie Christ? Was ist, wenn derjenige sofort sagt, nein, hey, kein Interesse, das ist einfach super eindeutige, klare Ablehnung, dann nicht irgendwie sagen, aber wichtiger als zur Kirche zu gehen, angenommen, sie würden heute sterben, sind sie zu einer Potenzial aus dem Himmel gekommen. Hey, derjenige hat schon eindeutig abgelehnt, hey, nein, nein, kein Interesse, okay, schönen Tag noch. Und weitergehen, freundlich sein, weitergehen. Dann nicht noch irgendwie eine Frage einschieben, er hat schon gesagt, dass er kein Interesse hat, er wird dir nicht zuhören. Was ist, wenn derjenige antwortet, ich bin Christ? Und das ist jetzt keine Erklärung, wie wir Seelen gewinnen gehen, sondern ich möchte dann gleich auf ein paar konkrete Dinge eingehen, die zum Teil falsch gemacht werden, ein paar konkrete Tipps geben. Deswegen werde ich jetzt nicht jeden einzelnen Punkt der Präsentation durchgehen. Ihr wisst schon zum Großteil, wie wir Seelen gewinnen gehen. Aber an der Tür ist es eben besonders wichtig, höflich zu sein, bei Ablehnung weitergehen. Wir sind besonders an der Tür, ungebetene Gäste, deswegen will ich auch nochmal darauf hinweisen. Was, wenn derjenige sagt, ich bin Christ? Wir haben die so offene Frage gestellt, sind sie Christ? Ja, ich bin Christ. Was sagen wir dann? Okay, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben, dann würde ich Ihnen gerne hier direkt, also und hier ist das Ding, sei nicht irgendwie enttäuscht, ach, derjenige ist Christ. Ja, toll. Ja, super, okay. Toll, Sie sind Christ. Ja, freu dich doch darüber, dass derjenige sich zumindest offen identifiziert als Christ. Okay, also wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben, dann würde ich Ihnen gerne hier direkt an der Tür ein paar Verse aus der Bibel zeigen, wie Sie sich sicher sein können, dass Sie in den Himmel kommen. Dauert nur ein paar Minuten. Und wir wollen betonen, hey, ich möchte einfach nur ein paar Verse Ihnen aus der Bibel zeigen, hier direkt an der Tür. Dauert nicht lange. Wie Sie sich sicher sein können, dass Sie in den Himmel kommen. Dauert nur ein paar Minuten. Was ist, wenn derjenige verneint? Er ist nicht interessiert, aber er ist trotzdem freundlich. Er ist nicht so, dass er irgendwie gleich sagt, nein, nein, geht weg, sondern er verneint, aber freundlicher Art und Weise. Dann einfach vor der Verabschiedung noch einen Vers zitieren. Dann sagen wir, okay, kein Problem, bevor wir gehen. Und wir sagen eben, bevor wir gehen, damit klar ist, okay, wir gehen, wir akzeptieren die Ablehnung. Er sagt, nee, kein Interesse muss nicht sein, nee, ich möchte nicht ein paar Verse hören. Okay, kein Problem, aber bevor wir gehen, möchte ich Ihnen einfach einen Vers aus der Bibel zitieren. Johannes Kapitel 3, Vers 16 zum Beispiel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also die Bibel sagt, dass Sie an Jesus Christus glauben müssen, um in den Himmel zu kommen. Und dann einfach unsere YouTube-Visitenkarte geben. Hier, bitte schauen Sie sich dieses Video an, der biblische Weg zum Himmel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann, andermann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Also, wir akzeptieren die Ablehnung. Kein Problem. Bevor wir gehen, einfach einen Bibelferst zitieren und dann einfach gehen. Was ist, wenn derjenige sagt, ich bin Christ? Und ich habe übrigens einen Fehler gemacht, ist mir gerade aufgefallen. Tut mir wirklich leid. Natürlich, wenn derjenige sagt, ich bin kein Christ, dann sagen wir, okay, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben, dann würde ich Ihnen gerne hier direkt an der Tür ein paar Verse zitieren, wie Sie in den Himmel kommen können. Wenn derjenige sagt, ich bin kein Christ, okay. Aber was ist, wenn derjenige sagt, ja, ich bin Christ? Nun, weißt du was? Dann freuen wir uns darüber. Toll! Aber wir wissen natürlich, die meisten Christen, die sich als Christen bezeichnen, die glauben falsches Evangelium. Aber hey, er identifiziert sich als Christ. Toll! Okay, Sie sind Christ. Aber wichtiger als zur Kirche zu gehen, angenommen, Sie würden heute sterben, sind Sie zu 100% sicher, dass Sie in den Himmel kommen. Komm nicht wie so ein Zahnarzt daher, von wegen so, ja, machen Sie mal den Mund auf, lassen Sie uns mal sehen, was heute das Problem ist. Sondern wenn jemand sagt, ich bin Christ, hey, super. Ist schön, auf einen Christen zu treffen. Aber wir wollen prüfen, ist derjenige sicher, dass er in den Himmel kommt. Ja. Was ist, wenn derjenige sich nicht sicher ist? Also, wenn jemand sagt, ich bin Christ, ja, das Erste war, er ist kein Christ, dann natürlich direkt versuchen, hey, ich will Ihnen ein paar Verse zeigen aus der Bibel, wie Sie sich sagen können, dass Sie in den Himmel kommen, das Evangelium verkündigen. wenn derjenige sagt, ich bin Christ, ja, wenn er sich aber nicht sicher, ob er in den Himmel kommt, dann, was Leute, viele Leute gerne machen, 1. Johannes 3, Vers 15 zitieren, oder 5, Vers 13, andersherum, 1. Johannes 5, Vers 13, solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also, hey, die Bibel sagt, dass wir wissen können, dass wir ewiges Leben haben. Deswegen würde ich Ihnen gerne aus der Bibel ein paar Verse zeigen, wie Sie sich sicher sein können, dass Sie in den Himmel kommen. Und dann eben wieder abwarten, okay, will derjenige, dass wir ein paar Verse zeigen oder nicht? Wenn nicht, hey, okay, einfach diesen einen Vers zitieren, hier unsere YouTube-Visitenkarte, schauen Sie sich bitte das Video an, schönen Tag noch. Aber natürlich, wenn derjenige offen ist, wir gehen dazu, über das Evangelium zu verkündigen, wenn derjenige sagt, ja, ich bin mir sicher, wir haben die Frage gestellt, sind Sie sich zu 100% sicher, dass Sie in den Himmel kommen? Ja, ich bin mir sicher. Was fragen wir dann? Okay, super, was glauben Sie, muss jemand tun, um in den Himmel zu kommen? Und wir wollen uns kurz halten, deswegen präzise Fragen, ja, wir sind ungebetene Gäste, die Leute haben nicht unbedingt Zeit für uns, in jedem Fall, wir sind ungebetene Gäste, deswegen präzise Fragen, zum Punkt kommen, okay. Und ganz konkrete Fragen stellen, um wirklich zum Punkt zu kommen, ist derjenige gerettet oder nicht? Müssen wir ihm das auf jeden Fall verkündigen oder nicht? Er ist sich sicher, okay, super, was glauben Sie, muss jemand tun, um in den Himmel zu kommen? Wenn derjenige sagt, wenn derjenige sagt, man muss einfach nur an Jesus Christus glauben, wenn derjenige die richtige Antwort gibt, ist einfach nur aus knallischem Glauben, ja, dann gibt es einen großen Fehler, den manche machen. Das ist, hört mir zu, das ist ein großer Fehler, den manche machen. Derjenige gibt die richtige Antwort und dann fragen sie, okay, müssen sie sonst noch irgendetwas tun? Dadurch erzeugst du diese Unsicherheit, dass es doch noch irgendetwas anderes gäbe war. Aber warte mal was, das ist Errettung uns knallischem Glauben allein. Wenn derjenige die richtige Antwort gibt, ist einfach an Jesus glauben, dann hat er die richtige Antwort gegeben. Dann musst du nicht, dann solltest du auf keinen Fall noch eine zusätzliche Frage stellen wie, müssen sie sonst noch etwas tun? Nur um so wirklich denjenigen auf Herz und Nieren zu prüfen. Lass uns mal gucken, ob das wirklich stimmt, was sie da sagen. Nee, sondern er hat die richtige Antwort gegeben. Super, richtige Antwort. Freu dich doch darüber. Nicht irgendwie für Unsicherheit sorgen durch eine zusätzliche sinnlose Frage. Wenn derjenige also die richtige Antwort gibt, okay, nächste Frage, gibt es irgendetwas, was sie jemals tun könnten, um ihre Rettung zu verlieren, sodass sie doch nicht mehr in den Himmel kommen? Wir fragen nach der ewigen Situation. Sicherheit. Achtung, okay, das ist jetzt der Fehler, den manche machen. Wir sollten nicht fragen, was können sie tun, um ihre Rettung zu verlieren? Denn hier ist das Ding. Wir fragen, was muss jemand tun, um in den Himmel zu kommen? Was glauben sie, muss jemand tun, um in den Himmel zu kommen? Wir formulieren diese Frage deshalb so, weil es etwas gibt, was jemand tun muss, um in den Himmel zu kommen. Aber es gibt nichts, was jemand tun könnte, um seine Rettung zu verlieren. Also, hier ist das Problem. Wenn du die Frage stellst, was könnten sie tun, um ihre Rettung zu verlieren, dann drückst du dadurch unterschwellig aus, dass es doch etwas gibt, was man tun könnte, um seine Rettung zu verlieren. Aber es gibt nichts. Das heißt, die Person wird sich dann überlegen, okay, was könnte ich tun, um meine Rettung zu verlieren? Hm, die Person überlegt sich dann irgendwas, einfach um deine Frage zu befriedigen, aber es gibt doch nichts, was man tun könnte, um seine Rettung zu verlieren. Deswegen formuliere ich die Frage so, gibt es irgendetwas, was sie jemals tun könnten, um ihre Rettung zu verlieren? Denn das ist eine Ja-Nein-Frage. Und darauf willst du hinaus, auf ein entweder Ja oder Nein, um eben zu prüfen, was in dem Herzen der Person vor sich geht. Also du fragst, die Person hat die richtige Antwort gegeben, das Glaube allein. Gibt es irgendetwas, was sie jemals tun könnten, um ihre Rettung zu verlieren, sodass sie doch nicht mehr in den Himmel kommen? Was ist, wenn die Person sagt es? Ja, also es gibt etwas, was ich tun könnte, wenn ich zum Beispiel, oder vielleicht sagt die Person auch irgendwie sogar, wenn ich zum Beispiel das und das tue. Also wenn die Person eben die falsche Antwort gibt, denn es gibt nichts, was sie jemals tun könnten, um unsere Rettung zu verlieren. Wenn die Person also die falsche Antwort gibt, dann natürlich das Evangelium predigen. Hey, ich würde Ihnen gerne ein paar Verse zeigen, warum wir glauben, dass es nichts gibt, was sie jemals tun könnten, um ihre Rettung zu verlieren. Die Bibel ist eindeutig, dass wir die Rettung nicht verlieren könnten, das würde ich Ihnen gerne zeigen aus der Bibel, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben, dauert nicht lange. Wie auch immer, was, wenn die Person die richtige Antwort gibt? Nein, es gibt nichts, was ich jemals tun könnte, um meine Rettung zu verlieren. Weißt du, was wir dann machen? Wir sagen, okay, hey, super, Amen, freut mich zu hören. Und wir geben einfach die Einladung zum Gottesdienst, würde uns freuen, wenn Sie zum Gottesdienst kommen, Gottes Segen, und hey, auch die Visitenkarte geben und vielleicht fragen, haben Sie eine Bibel. Wir wollen dem Bruder, dem wir da begegnet sind an der Tür, der Schwester, der wir da begegnet sind an der Tür, wollen wir helfen und wir freuen uns einfach darüber, dass die Person gerettet ist. Ja, aber was ist, wenn die Person doch nicht gerettet ist? Wenn es da doch noch irgendeine exotische Irrlehre gibt. Hier ist das Ding, du kannst nicht an jeder Tür die Person auf Herz und Nieren prüfen, ob es da doch noch irgendwie eine exotische Irrlehre gibt, die sie glaubt. Du hast keine Zeit dafür, das macht keinen Sinn, das ist völlig ineffizient. Wenn die Person sagt, ja, ich muss einfach nur an Jesus glauben, ich kann meine Rettung niemals verlieren, na, ach, dann ist die Person gerettet. Und wenn die Person dich belogen hat, dann ist das nicht dein Problem. Wenn die Person doch noch irgendeine super exotische Irrlehre glaubt, auf die du nicht gestoßen bist, hey, du kannst nicht alles auf einmal machen, das funktioniert nicht, sondern sei effizient beim Seelen gewinnen. Okay. Hey, super, wir haben einen Bruder gefunden hier an der Tür. typischer Fehler, wenn Leute anfangen, das Evangelium zu predigen, ist ein typischer Fehler, dass sie zu viel Zeit verbringen, mit dem Thema Sünde, Sünde zu erklären. Und sie schlagen so viel Verse auf. Römer 3, Vers 10, Römer 3, Vers 23, Prediger 7, Vers 20, und, 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 so viel Verse. Hey, jeder Mensch weiß, dass er ein Sünder ist. Jeder Mensch weiß, dass er Fehler gemacht hat. Deswegen erwähnen wir das kurz, um die Person darauf hinzuweisen, okay, es sind nicht einfach nur irgendwelche Fehler, sondern wir haben tatsächlich gegen Gott gesündigt. Deswegen wird es von Gott eine Strafe geben. Deswegen machen wir das, um das der Person in Erinnerung zu rufen. Aber an und für sich weiß jeder Mensch, außer Psychopathen, die sowieso nicht gerettet werden, dass sie Sünder sind. Deswegen nicht zu viel Zeit verbringen, mit dem Thema Sünde zu erklären, dass jeder ein Sünder ist. Hey, die Bibel ist eindeutig, jeder Mensch ist ein Sünder. Die Bibel sagt, wie geschrieben steht, es ist keine gerecht, auch nicht einer. Ich bin nicht gerecht, du bist nicht gerecht, wir haben alle schon mal Gottes Gesetze gebrochen, das bezeichnet die Bibel als Sünde. Oder auch die Frage stellen, okay, hast du ein Beispiel für Sünde, um die Person dabei zu behalten und die Konzentration aufrecht zu erhalten. Und dann sagt die Person vielleicht, ja, sowas wie stehlen oder so. Ja, genau, wenn wir Gottes Gesetze brechen, sowas wie stehlen oder lügen, dann bezeichnet die Bibel das als Sünde. Jeder hat es schon mal gemacht. Okay, Thema abgehakt. Ja, dauert nur ein paar Sekunden. Nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Wichtige Frage, die wir stellen sollten. Glauben Sie, dass es eine Hölle gibt? Oder glaubst du, dass es eine Hölle gibt? Du sollst dich natürlich mit deiner Sprache anpassen an die Person. Wenn es eine ältere Person ist oder offensichtlich eine erwachsene, fremde Person, natürlich sitzen. Aber es könnte ein bisschen komisch sein, wenn wir eindeutig junge Leute, Kinder, sitzen. Habe ich schon manchmal mitbekommen, dass Leute das machen. Ich finde es super komisch, weil das eine unnötige Distanz erzeugt. Wenn es eindeutig junge Leute sind, dann natürlich ganz einfach duzen. Das ist offener, in dem Fall das freundlicher, aber es wäre dagegen unfreundlich. Es wäre respektlos, wenn wir offensichtlich Erwachsene und ältere Personen duzen. Sollten wir natürlich sitzen. Darauf müssen wir einfach achten im Deutschen, weil es um diese Unterscheidung gibt. Einfach die Frage stellen, okay, wenn wir dann eben zum Thema Hölle kommen und ich überspringe jetzt einige Sachen, denn du weißt an und für sich schon, wie wir Seelen gewinnen gehen, wie wir das machen, die meisten von euch. Wenn nicht, wir haben diese Podcast-Reihe Seelen gewinnig für Anfänger. Schaut euch das an. Einfach die Frage stellen, okay, glauben Sie, dass es eine Hölle gibt? Denn manche Leute glauben nicht, dass es eine Hölle gibt. Es gibt oftmals diese Antwort, ja, das ist doch hier schon die Hölle. Wir sind doch schon die Hölle. Das ist doch Hölle auf Erden und so ein Quatsch. Also, es kann nicht schaden, diese Frage zu stellen, glauben Sie, dass es eine Hölle gibt und wenn die Person irgendwie mit einer komischen Antwort herkommt, dann müssen wir natürlich mehr auf das Thema Hölle eingehen und ich zitiere gerne diesen Vers aus der Offenbarung, wo es heißt, dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit und es heißt, dass sie keine Ruhe haben, wir haben Tag und Nacht. Dann stelle ich die Frage, scheint es Ihnen so, als würde die Bibel hier Späße machen, wenn es um die Hölle geht? Ich meine, das ist ziemlich ernst, oder? Um einfach der Person aufzuzeigen, dass natürlich nicht einfach hier irgendwie Hölle auf Erden ist oder so ein Quatsch, sondern es geht um buchstäbliches Feuer, es geht um buchstäbliche Qual bis in alle Ewigkeit und dann mehr auf das Thema Hölle eingehen natürlich und an der Stelle kann es auch nicht schaden, die Frage zu stellen, glauben Sie, dass die Bibel Gottes Wort ist? Du hast Hölle erklärt, ein bisschen ausführlicher, weil die Person nicht sicher war, was die Hölle betrifft, glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Wenn die Antwort Ja ist, okay, ich habe dir diese Verse gezeigt, glaubst du, dass es eine Hölle gibt? Dann sollte die Antwort natürlich Ja sein in dem Fall. Okay, außerdem, wichtige Frage, weißt du, wer Jesus Christus ist? Wir kommen dann natürlich irgendwann dazu, zu erklären, wie Jesus eben bezahlt hat für das Geschenk. Viele von euch nutzen gerne, ich auch, dieses Beispiel mit dem Geschenk. Jemand muss dafür bezahlen, Jesus Christus hat dafür bezahlt. Weißt du, wer Jesus Christus ist? Das ist eine wichtige Frage, denn es gibt immer wieder Leute, die nicht wirklich wissen, wer Jesus Christus ist. Ja, und an der Stelle kurz die Trinität erklären. Einfach erklären, okay, die Bibel sagt, dass es Vater, Sohn, Heiliger Geist gibt. Diese drei sind eins, sagt die Bibel. Das heißt, es gibt einen Gott, drei Personen. Der Vater ist natürlich, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist, das sind separate Personen, denn ich zitiere dann ganz kurz, die Bibel sagt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Also, sie sind zwei verschiedene Personen, aber die Bibel sagt, dass diese drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, alle gleichermaßen Gott sind. Ein Gott, drei separate Personen, die Trinität. Und wir erwähnen das einfach, die meisten Leute wissen das schon ungefähr, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir wollen es aber erwähnen, dass es sich um drei separate Personen handelt, die natürlich alle gleichermaßen Gott sind. Wir glauben an einen Gott, drei Personen. Die Trinität erwähnen, sollte man mindestens erwähnen. Und wir sollten immer wieder wichtige Fragen dazwischen stellen, um die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Sowas wie, was haben die Leute mit Jesus gemacht? Denn die meisten Leute wissen das, aber es erregt ihre Aufmerksamkeit, sie bleiben dabei beim Thema, die Konzentration wird aufrechterhalten. Was haben sie mit Jesus gemacht? Sie haben ihn getötet, nicht wahr? Ja, genau, sie haben ihn gekreuzigt. Solche Fragen helfen, um die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten und dann die Frage stellen, okay, was ist am dritten Tag geschehen? Und das ist eine wichtige Frage, was ist am dritten Tag geschehen? Wenn die Person dann irgendwie rummeiert, es ist nicht sicher, naja, ist Jesus tot geblieben? Ein bisschen auf die Sprünge helfen. Warum ist das so eine wichtige Frage? Warum sollten wir wirklich darauf aufpassen, auf die Auferstehung Jesus Christi, auf die leibliche Auferstehung einzugehen? Nun, zum einen, wir sollten natürlich immer wirklich darauf achten, auf die Auferstehung einzugehen, auf das Evangelium einzugehen. Das ist der Kernpunkt unserer Präsentation, nicht wahr? Aber besonders wichtig, mit dem Hintergedanken, dass es Leute gibt, die noch nie von der Auferstehung Jesus Christi gehört haben. Kein Witz. Und wenn es sowas in den USA gibt, habe ich schon erlebt. Dann gibt es das garantiert in Deutschland. Habe ich auch schon erlebt. Leute, die noch nie gehört haben von der leiblichen Auferstehung Jesus Christi, da muss man natürlich mehr Verse anwenden. Immer sehr ausführlich sein, wenn es um das Evangelium geht. Darum geht es, das Evangelium. Jesus Christus ist für uns gestorben, hat bezahlt am Kreuz für unsere Schuld und so weiter, ist am dritten Tag auferstanden. Das war eine leibhaftige Auferstehung, hat sich seinen Jüngern gezeigt und so weiter. Aber besonders müssen wir darauf achten, wenn die Person noch nie etwas gehört hat von der Auferstehung, deswegen die Frage stellen, was ist am dritten Tag geschehen? Vielleicht weiß die Person das gar nicht. Kann sein. Dann zeige ich einfach in den Evangelien. Ich schlage das Lukas-Evangelium auf. Das Lukas-Evangelium ist natürlich super, weil dort Jesus sich seinen Jüngern eben gezeigt hat und sie haben ihn angefasst und er hat mit ihnen gesprochen und er hat was gegessen. Diese Verse sind die eindeutigsten, wo Jesus eben eindeutig bewiesen hat, ich bin leibhaftig auferstanden. Diese Verse zeigen und ein Vers, den ich sehr gerne erwähne, ist 1. Korinther 15, Vers 14. Ich habe das hier richtig mir notiert, 1. Korinther 15, Vers 14. Da heißt es nämlich, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Da sage ich hier, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist von den Toten, dann ist das völlig sinnlos, was ich dir jetzt gerade erzähle. Wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Es wäre sinnlos, was ich dir gerade erzähle. Ich stelle doch die Frage, hey, jemand, der tot ist, kann er dir helfen? Nein. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, könnte er dir helfen? Nein. Er könnte dich nicht retten, er könnte dir nicht ewiges Leben geben. Aber Jesus Christus ist nicht tot geblieben, nicht wahr? Jesus Christus ist leibhaftig auferstanden von den Toten. Um einfach der Person aufzuzeigen, dass es essentiell ist, an die leibhaftige Auferstellung Jesu Christi zu glauben. Okay, Glaube erklären. Wie nehmen wir das Geschenk letzten Endes an? Wir müssen Jesus Christus vertrauen. Jesus Christus, ich vertraue auf dich, ich glaube an dich, bitte schenke mir ein ewiges Leben. Glaube erklären. Was bedeutet Glaube eigentlich? Manche Leute wissen das nicht oder Freikirche haben eine total falsche Vorstellung. Glaube bedeutet Jesus nachfolgen oder so. Ich gebe gerne das Beispiel. Ich will das einfach kurz erwähnen. Hey, wenn ich dein Chef auf Arbeit wäre und ich würde dir jetzt diese und jene Aufgabe geben und ich sage, ich glaube an dich, was sage ich damit? Die meisten Personen verstehen das, dass du mir vertraust oder dass du glaubst, dass ich das schaffen kann. Ja, genau. Glaube bedeutet Vertrauen. Glaube bedeutet nicht einfach den Fakt anzuerkennen, dass Jesus existiert hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Das ist ein guter Schritt. Aber was die Bibel mit Glaube meint, ist Jesus Christus zu vertrauen. Dein ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen, dass er für dich gestorben ist und auferstanden ist als Eintritt in den Himmel, nicht auf dich selbst zu vertrauen, weil du irgendwie so gut bist oder so. Denn du bist nicht gut genug, um in den Himmel zu kommen. Du musst an Jesus glauben, Jesus allein vertrauen. Das ist ein Beispiel mit dem Chef auf Arbeit, wenn er dir eine Aufgabe gibt und sagt, ich glaube an dich. Das ist ein gutes Beispiel, dass Leute verstehen, um zu erklären, was Glaube bedeutet. Oder bei jüngeren Leuten oder wenn du mit Kindern redest, könntest du sagen, hey, wenn deine Eltern dir sagen, ja, ich gebe dir jetzt die Aufgabe, ich glaube an dich, was sagen sie damit? Was meinen sie damit? Okay, ewige Sicherheit. Wenn wir die ewige Sicherheit des Gläubigen klären, einmal gerettet, immer gerettet, unbedingt Selbstmord erwähnen. Denn Leute sind Hirn gewaschen, was das angeht, von der katholischen Kirche. Bei Selbstmord, sei das dann irgendwie eine Ausnahme. Dann verliert man definitiv die Errettung. Deswegen unbedingt Selbstmord erwähnen, auch wenn jemand Selbstmord begeht. Wir sind immer noch gerettet. Unbedingt das Vater und Sohn Beispiel erwähnen und erklären, hey, das heißt nicht, dass wir einfach so sündigen können, ohne Konsequenzen. Denn genauso wie ein Vater für seinen Sohn Regeln hat, wie Eltern für ihre Kinder Regeln haben, hat Gott natürlich auch Regeln, weil wir die Regeln brechen. Dann gibt es eine Konsequenz, dann gibt es eine Strafe. Aber wir werden niemals zur Hölle fahren. Eltern werden niemals ihre Kinder ins Feuer werfen. Genauso wird Gott einen Christen niemals in die Hölle werfen, sondern es gibt Konsequenzen in diesem Leben. Ich will es einfach nur kurz erwähnen, aber unbedingt eben Selbstmord erwähnen, unbedingt, weil das etwas ist, wo Leute Hirn gewaschen sind, wo sie sich denken, ja dann verliere ich garantiert meine Rettung. Aber nein, Jesus ist für alle Sünden gestorben. Und unbedingt das Vater-Sohn-Beispiel erwähnen, um zu erklären, Sünde hat Konsequenzen. Den Namen des Herrn anrufen, wie erklären wir das? Und ja, du musst den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Jesus Christus, Vertrauen. Wie sieht das praktisch aus? Wir rufen den Namen des Herrn an. Wir bekennen den Glauben, den wir in unserem Herzen haben, dem Herrn. Jesus Christus, ich glaube an dich, ich vertraue auf dich, ich will in den Himmel kommen, bitte schenke mir ewiges Leben, bitte rette mich, mit egal welchen Worten auch immer. Aber das ist logisch. Und wie erkläre ich das ganz kurz der Person? Ich sage, hey, wenn du etwas von jemandem haben willst, dann würdest du zu der Person gehen und die Person darum bitten. Wenn ich etwas von dir haben möchte, dann gehe ich zu dir, hey, kannst du mir bitte helfen? Oder kannst du mir bitte das und das geben? Ist logisch. Und hier ist das Ding, Jesus ist eine Person. Jesus Christus ist eine Person. Also wenn du von Jesus ewiges Leben haben willst, dann gehst du zu Jesus im Gebet und sagst, Jesus, ich glaube an dich, du bekennst deinen Glauben, ich will in den Himmel kommen. Bitte nimm mich in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Bitte schenke mir ewiges Leben, wie auch immer. Und das ist einfach zu verstehen, das ist logisch, Jesus ist eine Person. Hallo, wir reden mit Personen. Wichtig, Fragen stellen zum Schluss natürlich. Was ist die Strafe, die wir verdient haben als Sünder? Natürlich, und wieder, ich überspringe einige Sachen, natürlich die erste Frage sollte sein, hey, glaubst du, dass du ein Sünder bist? Logisch. Aber konkret, wenn es um die Hölle geht, dann geht es dann. Was ist die Strafe, die wir als Sünder verdient haben, ohne Jesus? Und ich sage bewusst, ohne Jesus, manche Leute, die denken sich dann schon, ja, ich glaube ja jetzt an Jesus, vielleicht unterbewusst. Und deswegen denken sie, ja gut, ich komme ja sowieso, deswegen nicht in die Hölle. Und dann ist so ein bisschen unklar, haben sie es verstanden, dass jeder Mensch die Hölle verdient hat, oder nicht? Deswegen, was ist die Strafe, die wir als Sünder verdient haben, ohne Jesus? Okay, ja, das ist die Hölle, genau. Was musst du aber tun, um in den Himmel zu kommen? Und wenn die Person die richtige Antwort gibt, an Jesus Christus glauben, dann mach nicht diesen Fehler, mach nicht diesen Fehler, dann die Frage zu stellen, musst du sonst noch irgendetwas tun? Musst du sonst noch irgendetwas tun? Dann denkt sich die Person, okay, muss ich sonst noch irgendetwas tun? Und dann will die Person eine Antwort geben, einfach um deine Frage zu befriedigen. Aber sie hat schon die richtige Antwort gegeben, das ist Glaube. Okay, Amen. Was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? An Jesus glauben. Amen. Super. Die Person hat es verstanden. Weiter zur nächsten Frage. Mach nicht so dumme Fehler. Das sind Fehler, die Leute machen. Okay. Glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Wichtige Frage. Glaubst du, dass er auferstanden ist von den Toten? Glaubst du, dass er leibhaftig auferstanden ist von den Toten? Dass er mit seinem Körper auferstanden ist von den Toten? Könntest du jemals irgendetwas tun, um das ewige Leben wieder zu verlieren? Und wieder, stell nicht diese Frage, was könntest du tun, um das ewige Leben zu verlieren? Denn was du damit unterschwellig aussagst, ist, dass es etwas gäbe. Aber es gibt nichts, was du tun kannst. Deswegen stell die Frage, als eine Entscheidungsfrage, als eine Ja-Nein-Frage, könntest du jemals irgendetwas tun, um das ewige Leben wieder zu verlieren? Nein, ich kann es tun. Okay, Amen. Und wir leiten die Person natürlich im Gebet an und so weiter. Nachher die Frage stellen. Ich komme jetzt zum Schluss. Nachher stellen wir am Ende die Frage, wir haben mit der Person gebetet und wir stellen unbedingt diese Frage. Hören wir zu. Sei einfach ehrlich, wenn du heute sterben würdest, bist du dir jetzt zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst. Und ich formuliere das sehr locker und sehr freundlich. Und ich sage eben, hey, sei einfach ehrlich. Denn es geht mir nicht darum, irgendwie eine richtige oder falsche Antwort zu bekommen, sondern es geht mir darum, eine Antwort zu bekommen, die aus dem Herzen des Menschen kommt. Deswegen sei einfach ehrlich, wenn du heute sterben würdest, bist du dir jetzt zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst. Und einfach abwarten die Antwort. Wenn die Person eindeutig richtig interessiert war, richtig offen war, gut zugehört hat, aber da gab es dann doch irgendetwas, was sie offensichtlich noch nicht verstanden hat, sie ist sich immer noch nicht sicher, dann, ja, dann kann es sinnvoll sein, nochmal eben ewige Sicherheit zu erklären. Dann wird man manchmal darauf stoßen, gerade bei Katholiken, dass sie doch noch irgendwie die Vorstellung hatten, ja, bei dieser oder jenen Sünde oder wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen sollten wir darauf achten, eben nicht unsere Zeit zu verschwenden. Also wenn es klar war, okay, die Person hat nicht wirklich zugehört, die Person hat nicht wirklich verstanden, was ich erzählt habe, hat nicht das Evangelium verstanden. Okay, hey, bitte schau dir dieses Video an, die Visitenkarte geben. Aber oftmals, habe ich das schon erlebt, okay, nicht oftmals, aber es kommt vor, dass eine Person gut zugehört hat, ja, sie ist eindeutig bei der Sache geblieben, aber sie war dann sich doch noch nicht so 100% sicher, naja, so 90%. Und dann bin ich einfach nochmal eingegangen auf ewige Sicherheit und dann hat sich die Person wirklich verstanden oder ich habe mal mit einem Katholiken geredet, dass ich dann herausgestellt hatte, die Vorstellung, ja, dass er halt immer wieder beten muss. Denn das ist, was Katholiken machen, sie beten immer wieder. Ich habe einfach kurz erklärt, hey, wie oft musst du ein Geschenk annehmen? Das ist nur einmal, nicht wahr? Und dann hat es Klick gemacht. Und hey, derjenige wurde gerettet. Also, was ist unser Ziel, Menschen zu retten? Alle Völker mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen, Menschen wirklich zu retten. Deswegen die Frage, sei einfach ehrlich. Wenn du heute sterben würdest, bist du dir jetzt so in der kurzen Sicherheit, dass du in den Himmel kommst. Und du musst an der Stelle einfach auch ein bisschen abschätzen. Du musst ein bisschen eben deinen Verstand einschalten. Okay, macht es jetzt Sinn, nochmal auf ewige Sicherheit zum Beispiel einzugehen? Oder hat die Person nicht so gut zugehört? Ist einfach nicht ihr Tag. Aber hey, wir wollen sicherstellen, dass Menschen gerettet werden. Deswegen ist das eine gute Frage. Hier ist der Fehler, den Leute machen, okay? Als ich dich vor ein paar Minuten gefragt habe, ob du sicher bist, da warst du dir noch nicht sicher, nicht wahr? Also, als ich gefragt habe, ob du dir sicher bist, dass du in den Himmel kommst, da warst du dir noch nicht sicher, nicht wahr? Wo wärst du hingekommen, hätte ich dir jetzt nicht das Evangelium erzählt? Wo wärst du hingekommen, hättest du jetzt nicht, was weiß ich, wie Leute das auch immer formulieren. Aber Leute stellen diese Frage und wollen unbedingt auf diese Antwort heraus, ja, ich wäre zur Hölle gefahren. Sie wollen das unbedingt, dieses Geständnis rausquetschen aus der Person, ich wäre zur Hölle gefahren. Was passiert, wenn ich jetzt nicht gekommen wäre, wenn wir nicht geredet hätten? Aber das ist ein sinnloses Geständnis. Quetsche nicht aus Leuten dieses Geständnis heraus, ja, vorher wäre ich zur Hölle gefahren. Ich hätte in der Hölle gebrannt, ja, okay, ich gebe es zu. Das ist ein sinnloses Geständnis. Lass mich dir erklären, warum das eine falsche Frage ist, warum das eine dumme Frage ist. Was ist das Einzige, was zählt? Das Einzige, was zählt, ist, was die Person jetzt glaubt. Okay, du weißt als Segengewinner, dass die Person vorher nicht gerettet war. Aber glaubt sie jetzt das richtige Evangelium? Dann ist die Person gerettet. Also was spielt es für eine Rolle, was die Person für eine Vorstellung hat, was sie vorher geglaubt hat? Du musst dir vor Augen halten, dass manche Leute einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen, um zu realisieren, dass sie vorher nicht gerettet waren. War bei mir zum Beispiel auch so. Einige Zeit, nachdem ich schon gerettet war, dachte ich, hatte ich aus irgendeinem Grund diese Vorstellung im Kopf, dass ich im Konfirmationsunterricht damals gerettet wurde. Nun, im Rückblick weiß ich natürlich mittlerweile, dass ich nicht im Konfirmationsunterricht gerettet wurde. Überraschung. Und hier ist das Ding. Ich weiß, dass ich gerettet war, als ich dann immer noch in diese Jugend in der protestantischen Kirche gegangen bin. Denn da gab es diesen Jugendleiter, der eindeutig gegen einmal gerettet, immer gerettet war. Ich wusste schon, einmal gerettet, immer gerettet ist richtig. Das ist das richtige Evangelium. Und mir war sofort klar, derjenige ist nicht gerettet. Mir war klar, derjenige ist ein Irrlehrer. Mir war das klar. Und, aber manche Leute brauchen einfach etwas mehr Zeit, um zu realisieren, dass sie vorher tatsächlich nicht gerettet waren. Ich brauchte etwas Zeit, um zu realisieren, dass ich nicht im Konfirmationsunterricht gerettet wurde. Also, quetsche nicht am Ende deiner Präsentation irgendwie dieses Geständnis heraus, ja, ich wäre zur Hölle gefahren. Das ist sinnlos. Das einzige Entscheidende ist, was die Person jetzt im Moment glaubt. Glaubt sie das richtige Evangelium, und weißt du was, dann ist sie gerettet. Ich meine, du kannst einfach nur nach dem gehen, was eine Person sagt. Glaubt sie das richtige Evangelium, okay, gerettet. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, wenn man Zweifel im Glauben hat, als Christ, kann natürlich passieren, dass man, dass man seine Errettung anzweifelt nicht unter. Sowas, sowas kommt vor. Christen machen diese Erfahrung. Ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht. Aber, dann, dann beruhige dich, wenn du, ich meine, hier ist das Ding, glaubst du jetzt das richtige Evangelium? Ja, natürlich glaube ich das richtige Evangelium. Natürlich glaube ich, dass wir nur aus gnadischen Glauben gerettet werden. Ich kann nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Ich kann es mir nicht verdienen. Ich habe an Jesus geglaubt. Ich habe ewiges Leben. Kann ich es verlieren? Nein, natürlich nicht. Okay, dann bist du gerettet, weil du jetzt eben das richtige Evangelium glaubst. Und ich hoffe, dass dir diese Predigt geholfen hat, zu realisieren, was ist die richtige Vorgehensweise, warum wir von Tür zu Tür gehen. Ich hoffe, dass dir meine Tipps geholfen haben. Wenn du Fragen dazu hast, dann sprich mich unbedingt an. Und lass uns einfach beten für diesen Seelengewinn-Marathon.